Hallo, wir lesen aus dem Talmud, Sir Hasfirot, Pante 1, Teil 1, Innere Betrachtung, Teil 1.6. Das Material kann man auf der Internetseite www.kabakademy.eu finden. Fragen können im System Avut gestellt werden, die ausgewählten Fragen werden vorgelesen. Wir setzen unser Studium fort. Natürlich liegt die zentrale Absicht darin, dass wir uns mittels dem verbinden wollen, um zu jener Struktur zu gelangen, welche 10 Sfirot gleicht einer vollständigen Gruppe. Das hat weniger zu tun mit der Anzahl der Menschen, obwohl trotzdem geschrieben steht in der Vielzahl. Die Menschen, die der Ruhm des Königs. Aber wir wollen uns verbinden. Aus, das war's. Mindestens zwei Menschen, so viele wie möglich. Wir wollen uns mehr und mehr miteinander verbinden. Denn in der Verbindung zwischen uns, wenn wir auf bestimmte Etwas, auf unser Ego verzichten können, unser Leben zu empfangen, annullieren können, so werden wir unmittelbar fühlen, wenn wir anstelle diesen, die Erscheinung, die Offenbarung des Schöpfers fühlen, die Offenbarung der höheren Kraft, denn nur unser Ego, das Ego zwischen uns, verflüchtigt ihn, verjagt ihn, stört uns dabei, den Schöpfer zu enthüllen. Und deshalb bemühen wir, uns auf solche Weise zu verfahren. Es gibt Freunde, die auf die Führung der Baruchs Druck ausgeübt haben und trotzdem herkommen wollten, um gemeinsam hier den Unterricht zu verbringen. Wir haben für den Saal geöffnet und es gibt hier, das Gesetz, keine Beschränkungen mehr. Wir sehen, dass hier niemand persönlich eingeladen wurde und nichts, aber wir sehen, dass die Freunde wahrlich froh sind, gemeinsam herzukommen und zusammensitzen, obwohl es keine Beschränkungen gibt. Das heißt, die Tür ist für ganz den Bauch offen und deshalb, also das Prüfen. Zum Kongress hin haben wir entschieden, dass es sich doch lohnt, es zu machen, trotz meiner Meinung, dass dieser Virus nicht vorüber ist und noch zurückkehrt. Und es werden noch Ergebnisse aus unserem Vielfalt, hoffentlich, wenn wir gute Resultate sind und nicht negative, Gott bewahre, aber versuchen wir trotzdem, auf solche Weise den Unterricht abzuhalten. Alle unsere Freunde auf dem ganzen Eklubus herum werden gemeinsam mit uns heute arbeiten und ich, wie üblich, befinde mich an meinem Ort, meinem Studio. Ich beteilige mich an keiner Gruppe und an keinem Körper und trotzdem bin ich froh, dass ihr alle gemeinsam solche Formen euch befindet. Die Hauptsache ist die innere Verbindung, wie sehr wir im Inneren ein gemeinsames Herz bilden möchten. Lasst uns zum Unterricht wenden. Natürlich, wie üblich, wenn alle Fragen haben, könnt ihr euch ans Mikrofon wenden, könnt ihr Fragen stellen. Es ist nichts Besonderes. Nur ist geschehen. Also vorwärts, bitte, Michael. Dann muss es Raspero, Band 1, Teil 1, innere Betrachtung, Punkt 6. Die Hauptsache über der Lehre der ZDG, über dieses Studium, ist, es zusammen zu sein. So wie Rabash uns erklärt, dass der Erfolg unseres Unterrichts, des Studiums darin besteht, wie sehr wir mittels des Studiums zu solchen Verbindungen gelangen möchten, in welcher sich der Schöpfer offenbaren kann. Gerade mittels der Verbindung zwischen uns. Ja. Klärung der Worte, der Weißen, daher wurden uns die Arbeit und die Bemühen als Belohnung für die Seele vorbereitet. Da jemand, der ist, was nicht sein Eigen ist, ist, fürchtet, dem Geber ins Gesicht zu schauen. Punkt 6. Um diese herrlichen Stelle zumindest als ansatzweise zu verstehen, müssen wir tiefer ins Detail gehen. Wir sollten die Achse dieser ganzen Wirklichkeit, die vor uns liegt, und ihren allgemeinen Zweck untersuchen. Gibt es jemanden, der ziellos handeln würde? Und worin besteht dieses Ziel? Aufgrund dessen, der Schöpfer diese ganze vor uns liegende Wirklichkeit in den höheren und in den unteren Welten erschuf. Doch die Weisen verweisen uns bereits an vielen Stellen darauf, dass alle Welten zusammen nur für Israel erschaffen wurden, welches die Tora und die Mitzvot erfüllt. Und dabei muss man die Frage der Weisen verstehen, wenn die Absicht der Schöpfung der Welten darin besteht, den Geschöpfern Genuss zu bereiten, wozu sollte dann der Schöpfer diese materielle Welt erschaffen, die hässlich und voller Leiden ist? Denn natürlich hätte er auch ohne diese den Seelen so viel Genuss bereiten können, wie er wollte. Warum bringt er nun die Seele in diesen so hässlichen und dreckigen Körper? Und darauf antworten sie, dass jemand, der ist, was nicht sein Eigen ist, ist, fürchtet, dem Geber ins Gesicht zu schauen. Und das bedeutet, dass es in jeder unverdienten Belohnung einen Makel gibt, nämlich die Scham vor dem Geber. Damit die Seelen diesen Makel vermeiden, erschuf er diese Welt, in welcher es Arbeit gibt. Man genießt erst, nachdem man Anstrengungen unternommen hat, denn man bekommt seinen Lohn im Täusch für die unternommene Bemühungen und so retten sie sich dadurch vor dem Makel der Scham. Wir müssen hier sehr viele Dinge klären. Natürlich werden sich diese Dinge später auch aufklären, aber man kann die Dinge bereits jetzt berühren. Was ist die Sache der Scham? Scham ist nicht einfach eine Scham, woher man sich vom Anderen schämt, sondern es ist der Unterschied zwischen uns und dem Schöpfer. Darin schämmern wir uns. Deswegen gibt es hier diese Sache der Verbindung, der Anhörung, um diesen Unterschied auszumerzen, zu korrigieren. Das heißt, die Scham ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn dieser Aspekt ist die ganze Entfernung, der ganze Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Es ist nicht einfach so, dass es sich schämt und man diese Scham bestimmterweise überspringen können, ausbreiten können, diese nicht in Kauf nehmen können, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr wir und mehr uns im Schöpfer annähern können, desto mehr und mehr werden wir fühlen, wie sehr wir ihm entgegengesetzt sind, von ihm entfernt sind, ihm nicht gleich sind. Und diese Entfernung, dieser Unterschied wird sich uns wie ein großer Unterschied offenbaren, welcher Schmerz von dem, was wir nicht tun können, auf der einen Seite wird uns das gerade überhelfen, durchzusuchen, anhand was wir in der Lage sehen können, uns ihm anzugleichen. Und dann wird diese Scham, und dann verschwindet diese Scham. So wie er schreibt, dass die Scham bereit ist für die Empfindung hoher Seelen. Das heißt, jene, die wahrhaftig ihrer Visilenwurzel entsprechend dazu bestimmt sind, sich dem Schöpfer anzunähern, diese Menschen fühlen die Sache der Scham mehr in solchen Formen, wo sie nichts verstehen, wo sie nichts fühlen, dass es die Scham ist, sondern sie spielen das in Form von Absteigung, Abschlussung und anderen Beziehungen, die wir noch gemeinsam mit euch noch analysieren werden. Das heißt, die Hauptsache für uns ist es, besteht darin, den Unterschied zwischen uns und dem Schöpfer zu sehen. Und dieser Unterschied offenbart sich auf physische, materielle Weise, den Unterschied zwischen mir und dem Schöpfer und meiner Gruppe, wie sehr ich mich nicht der Gruppe nahe fühle. Ich fühle nicht, dass ich dazu bestimmt bin, mich mit ihnen zu verbinden. Ich glaube nicht, dass ich mich mit ihnen zu einem Körper verbinden muss, die umarmen soll. Es gibt Menschen, die nach Verbindung streben. Es gibt Menschen, die von der Verbindung entfernt sind. sind, dass gerade jene, die in großer Abstoßung, im Widerstand, im Gegensatz zur Verbindung stehen. Diese Menschen verfügen bei einem großes Ego, größeren Willen zu empfangen. Und sie spüren diese Entfernung. Und gerade wenn diese Menschen weitermachen und trotzdem es tun und es schaffen, sich über diesen großen Unterschied untereinander mit der Gruppe verbinden, es schaffen, auf bestimmte Weise sich zu verbinden, so werden sie darin fühlen, wie sehr sie sich in ihren Eigenschaften den Schöpfer annähern. Wie sich die Schöpfer dann ihnen offenbart. So sagt er hier auch, dass die Scham gerade für hohe Seelen gedacht ist, bestimmt ist. Hohe Seelen sind Seelen mit einem größeren, mit einem großen Ego Willen zu empfangen. Und danach, wenn wir diesen korrigieren, wenn sie sie korrigieren, bekommt man daraufhin die Offenbarung des Schöpfers vorwärts. Ja, Punkt sieben. Punkt sieben ist sehr besonders. Und auch dem Titel die überschreitend entsprechend. Schaut, was hier steht. Schreibt hier, welche Beziehung besteht zwischen der Arbeit des Menschenlaufer von 70 Jahren und dem ewigen Genuss, dass es kein größeres, kostengloses Geschenk als dieses gibt. Seht, die ganze Welt, die ganze Menschen, die glauben, dass wir ein kurzes Leben haben, sagen wir 70 Jahre. Und wie kann es sein, dass wenn wir in dieser Welt, in diesem Leben uns selbst korrigieren, vielleicht schöne, gute Handlungen in Bezug zur Natur, in Bezug zum Menschen, in Bezug zum Schöpfer tun, so werden wir einen Garten Eden haben. Ewiges Genuss, nachdem wir die Welt verlassen und sterben. Das ist im Prinzip und das sind die Überschriften. Lies bitte, Michael. Punkt sieben, welche Beziehung besteht zwischen der Arbeit im Laufe von 70 Jahren und dem ewigen Genuss, da es kein großes, kostenloses Geschenk als dieses gibt. Diese Worte der Weisen sind durch und durch sehr verwirrend. Unser hauptsächliches Streben und Gebet ist, errette uns von einem kostenlosen Geschenk. Und die Weisen sagten, dass dieser Schatz in Form eines kostenlosen Geschenks nur für die größten Seelen in der Welt bereitet ist. Und noch viel verwirrender ist ihre Erklärung. An kostenlosen Geschenken ist ein großer Mangel, nämlich die Scham vor dem Geber, die bei jedem entsteht, der ein unverdientes, kostenloses Geschenk bekommt und zur Korrektur dieses Defekts hat der Schöpfer für uns diese Welt vorbereitet, in welcher es Mühe und Arbeit gibt, damit wir dann in der kommenden Welt unseren Lohn bekommen, die Belohnung im Austausch und für unsere Bemühungen und Anstrengungen. Doch Ihre Erklärung ist wirklich seltsam. Wem gleicht das? Das gleicht einem Menschen, der zu einem Freund sagt, arbeite für mich einen kurzen Augenblick und als Gegenleistung dafür werde ich dir alle Genüsse der Welt und die Befriedigung der Leidenschaften für den Rest deines Lebens geben. Denn es gibt kein größeres Geschenk als dieses. Denn die Belohnung steht in keinem Verhältnis zur eingesetzten Arbeit, da die Arbeit in dieser vergänglichen Welt ausgeführt wird, die Gegenüber der Belohnung und Genössen der ewigen Welt keinerlei Wert hat. Und welchen Wert hat die vergängliche Welt verglichen mit der ewigen Welt? Umso mehr gilt dies für die Qualität der Anstrengung, die verglichen mit der Qualität der Belohnung absolut keinen Wert besitzt. Unsere Weisen sagten, der Schöpfer bestimmte jedem gerechten 310 Welten zu vermachen. Man kann jedoch nicht sagen, dass der Schöpfer einen Teil der Belohnung im Gegenzug für die unternommene Einstrengung gibt und dann den restlichen Teil ist kostenloses Geschenk. Denn wenn so wäre, was haben dann die Weisen durch ihre Korrekturen geschafft? Der Mangel der Scham von dem Geber würde so im restlichen Teil des Geschenks bleiben. Man soll ihre Worte jedoch nicht wörtlich verstehen, da es hier einen tiefen Sinn gibt. Das ist ein sehr verdrehter Text und überhaupt nicht einfach dieser Auszug dieses Zitat ist sehr besonders in allen Teilen der Lehre Tension. Denn Pan Islam möchte jenen Menschen, die nicht verstehen, hier näher bringen, wie wir uns mit der höheren Macht, wie wir diese höhere Macht antreffen, wie wir sie enthüllen. Lohnt es sich für uns, auf das zu warten, nachdem wir tot sind? Oder sollten wir vielleicht jetzt die Anjahrung einer Schöpfer angehen? Wie passiert das? Es kann einer zu sprechen zur Natur abwarten, bis wir sterben und uns entgültig von diesem ganzen Leben entledigen und vom Ego, welches uns steuert. Auf solche Weise gelangt man zu Garten Eden, zu Welt, zu Welten, Ähnlichkeiten, Gänsel, Sichtigkeiten, solche Dinge. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiss ja, worum besteht der unschützischen Leben und Tod? Warum kannst du die Dinge nicht gleich hier und jetzt erhalten? So hast du die höhere Welt in deinem Leben, zu deinen Lebzeiten erfassen können. Es gibt ja die Sache der Einstellung des Menschen zu seiner spirituellen Arbeit, zur Verbarung des Schöpfers. Wann passiert das? Die Frage ist die ob unser körperlicher Tod, hier arbeitet unsere Existenz in Zeit, Teile auf, das vor dem körperlichen Tod passiert, geschieht und nach dem körperlichen Tod, was geschieht eigentlich? So wollte er hier quasi bei diesem Aufschnitt, diesem Zitat, diese Dinge berühren. Er spricht zu Anfängern. Das ist der erste Teil seiner großen Arbeit an der Studium der Zinse für Rot. Gut, lasst uns versuchen, die Fragen, die ihr habt, zu beantworten. In Ordnung. Baltikum 4. Guten Morgen, Raff. Es ist immerhin nicht ganz verständlich. Warum hat der Schöpfer insgesamt die Scham erschaffen? Wir müssen nicht so viel Anstrengung unternehmen an dieser Stelle, aber er gibt uns all diese großen Probleme. Der Schöpfer hat die Scham geschaffen, damit er mittelste Scham in der Lage sein kann, uns von ihm zu unterscheiden. Die Scham offenbart sich um die persönliche Individualität eines Menschen zur allumfassenden Wirklichkeit zu fühlen, zu empfinden. Spanien 2. Guten Tag, Raff. Raff, in Eliten 6 sagt, Raff, jemand, der ist, was nicht seins ist, hat eine Scham. Könnt du das in Bezug auf mich und dem Zehner erklären? Lass den davon ab, wie du die Dinge betrachtest. Ich möchte jetzt nicht auf die persönlichen Klärungen im Zehner eingehen, denn hier sprechen wir mehr auf allgemeine Weise. Tiflis, bitte. Guten Morgen, Raff. Das Gefühl der Scham fühlt sich quasi in Bezug auf den Schöpfer und Bezug auf sich selbst. Aber wie können wir dieses Gefühl in der Gruppe weitergeben und den Freunden weitergeben? Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist etwas für dich einen neuen Geschmack und eine Speise quasi das erste Mal kosten. Und ich kann nichts darüber sagen, denn sie haben keine gleichen Geschmacksrezeptoren. Es geht nicht. Es hat geschrieben seht und kostet, dass der Schöpfer gut ist. Man muss es kosten. Diese Eindrücke müssen in die Empfangsgefäße, Instrumente des Geschöpfes eindringen und der Mensch soll kosten und mittels dieser Eindrücke, dieser Regime durch überbleiben. Anhand dienen werden wir in Lage sein zu sprechen. Gut, ich sehe, dass wir währenddessen keine Fragen haben, aber ich sage euch, es lohnt diesen Abschnitt, dieses Zitat zu kennzeichnen, hier zu markieren, diesen besonders für Anfänger zu erklären, für Beginner erklärt man mittels dieses Ausschnittes darüber, dass die Kabbalah nicht darüber spricht, was der Mensch erhält, wenn er stirbt, wenn er seinen Körper verlassen hat, der Körper selbst an sich macht kein Hindernis da zwischen uns und der höheren Welt und dem Schöpfer, auch jetzt, wenn ich mich in diesem lebendigen Körper aufhalte, mit diesem physischen Tier, bin ich in der Lage, trotzdem den Schöpfer zu empfinden, der Körper sterbe ich dabei nicht. Dass Menschen glauben, dass der Körper uns stört, stimmt nicht. Was mich stört, ist mein inneres Ego, das Ego, welches mich vom Schöpfer unterscheidet wird, der erste Kabbalah das Körper bezeichnet. Das ist der Körper und diesen Körper muss ich reinigen, damit dieser kein Hindernis, keine Mauer zwischen mir und dem Schöpfer stellt. Moskau 1. Lichtwäsche zur Quelle zurück führt, das mit den Menschen zum Schöpfer erhebt. Und wenn man sagen kann, dass es eine neue Periode gekommen ist, dieses Licht kommt nach diesem Zyklus zwischen Leben und Tod. Ich verstehe nicht, was du hier sagst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Was heißt es Leben und Tod, dass du sagst, danach etwas zu uns kommt. Das Lichtwäsche zur Quelle zurück führt, wann kommt dieses Licht? Nach dem ein gewisser Ablauf vorbei ist? Was meinst du mit Zyklus? Mit Zeit? Korrekturen vorbereiten, wir bereiten Korrekturen vor und machen den Willen ausreichend, damit das korrigiert wird. Korrekt. Und dieser Zyklus, ist das der Zyklus zwischen Leben und Tod? Du hör zu. Hör auf dir selbst zu zu, sondern hör mir zu. Wenn dein Wider zu empfangen sich in minimaler Angleichung der Form mit dem Schöpfer befindet, so heißt das bereits, dass du lebst. Wenn diesem nicht auf minimaler Weise mit dem Schöpfer angeglichen ist, heißt es, dass er Tod ist. Punkt. Das ist die Definition. hast du was dazu zu fragen? Ja, aber immerhin wir leben portionsweise, wenn man das so sagen kann. kommen nichts schichtweide in Portionen. Wir leben nicht. Wir existieren einfach unterhalb des Lebens. Wir werden als Todgeweihte angesehen. In Bezug zum spirituellen Verlangen sind wir wie Tote, Leblose, welche in diesem minimalen Willen zu empfangen existieren, welche uns eine minimale Existenz gibt, diese irdische physische Existenz. Und diese physischen minimalen Existenz erwacht ein Régime, ein Eindruck, welcher uns ein Erwachen gibt, um zur höheren Stufe zu gelangen. Nur aus dem Punkt heraus streben wir nach Spiritualität. Nur zu diesem Eindruck Régime, aber wahrlich werden wir nicht als lebende Menschen bezeichnen, Weiß der Kabbalah, so wie sie es erklärt, was Leben ist. Okay, Kiew 1. Dass man zu sagen, dass wir auf eine neue Stufe erheben können, erst wenn ich zurück zu diesem Körper, in unseren Gefühlen, Empfindungen zurückkehre, ist das richtig so? Das ist nicht wichtig. Um spirituelle Stufen zu durchlaufen, müssen wir nicht im Körper aufhalten. Dieser physische Körper ist nur eine Erscheinung, die uns parallel begleitet. Wenn es noch lernt, ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber auch praktisch beim Unterricht, wenn man sich schon erst eingestellt hatte, auf die Verbindung mit den Freunden, sich mit ihnen verbunden und plötzlich wird der Mensch zurückgeschmissen und fühlt sich wieder in diesem materiellen Körper mit Problemen und Gedanken. Warum passiert das? Dass ich deshalb mir den Schöpfer dir helfen möchte, um dich sehen zu lassen, wer du bist und wie und auf welche Weise du auf eine höhere Stufe aufsteigen kannst. So ist es Türkei Nummer vier. Guten Morgen. Im Artikel wird über einen Schatz oder Geschenk gesprochen, aber ich möchte nichts vom Schöpfer. Ich bin kein Hund, ich möchte kein Hund sein. Ich möchte nicht, dass er mir irgendwas hinschmeißt, zu meinem Willen zu empfangen und ich muss dann hinterher laufen. Wie kann ich diese Stärke in der Absicht finden, wenn ich so einen Widerstand habe? Wie kann man dann fortsetzen? Nur anhand des Gebetes alle richtigen guten Kräfte, welche zur Erlangung des Zieles dienlich sind, erhalten wir einzig und allein vom Schöpfer. Deshalb müssen wir im ständigen gebeten der Bitte zu ihm uns befinden. Wir kennen was wir brauchen. Wir müssen immer an ihn wenden. aber was soll ich dann bekommen als Resultat von Gebet? Heute verstehe ich irgendwie gar nichts. Unwichtig ist nichts wichtig, was du empfangen möchtest. Du musst dich immer an ihn wenden und bitten. Unsere Arbeit steht darin, um ständig in Kontakt mit Schöpfer zu sein. Und deshalb müssen wir hier unsere Mängel sehen, welche ein Mittel für die Verbindung zwischen uns und Schöpfer sind. Und es ist unwichtig, wie sehr und wie viel ich bitte, sondern wichtig ist, dass ich mich ständig im Wesen der Empfindung befinde, dass ich immer während die Verbindung stärke. Aber das ist wie ein Feuerraff. Die Scham ist wie ein Feuer. Das verbrennt einen einfach aus dem Inneren. Wenn ich geben will, auch wenn ich offenbare, dass alle meine Absichten fürs Geben waren, eigentlich um zu empfangen und ich kann diesen Zustand nicht mehr leiden. Meine Ordnung, es hilft dabei, dich weiter zu entwickeln. Es hilft dabei, verschiedene Zustände zu durchlaufen. Ja, Italien 4. Wenn keiner in dieser Welt die Absicht hat, dem Schöpfer Genuss zu bereiten, dann was ist das für eine Realität? Was ist das für eine Form dieser Welt? Was ist das für eine Existenz? Ich habe nicht verstanden, wie das Problem des kostenlosen Geschenks sich löst, wie wir trotzdem in die spirituelle Welt aufsteigen. Wenn ich dem Gastgeber das, was ich von ihm erhalten habe, zurückgeben möchte, wie er sich zu mir bezieht, somit ich auf gleiche Weise mich zu ihm beziehen, so so als dass ich etwas zurück gebe. Das nennen wir Kabbalah Or Choser Reflektiertes Licht Weiß Russland. Es steht geschrieben, dass ein großes Geschenk, dass ein Schatz für die Erhabensellen vorbereitet wurde. Was sind diese Erhabensellen? Es gibt diese Erhabensellen, die weit genug entwickelt sind, um das zu erlangen, erreichen und sich spirituell zu entwickeln. Sie sind bereits Aufstufe des Schöpfers und sie sind neben den Schöpfer und er zieht sie mehr und mehr an sich heran, um sich mit ihm zu verbinden. Wir nehmen es zu bitten, lasst uns weitermachen. Punkt nach. Wir springen nicht, er verlasst nicht, setzen die Fragen später weiter fort und durch einen Gedanken wurde die ganze Wirklichkeit ausgeströmt und erschaffen und dieser Gedanke ist die wirkende, er ist die eigentliche Handlung, er ist die erwartete Belohnung und er ist das Wesen aller Bemögen. Schöpfungsgedanke in den wir uns aufhalten. Es geht nicht mehr als den Gedanken, die ganze Wirklichkeit ist nur ein Gedanke, Schöpfungsgedanke, das ist die Einstellung des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Wir sehr will unsere Beziehungen, welche hauptsächlich auch sich mit dem Gedanken abgeben, wir in fähig sein werden, unsere Beziehung zum Schöpfer zu ordnen und dann werden wir auf solche Weise anfangen ihn zu enthülen. Wir enthülen den Schöpfungsgedanken, sprich seine Erstellung zur Schöpfung. Nochmal. Nochmal Punkt Nacht. Durch einen Gedanken wurde die ganze Wirklichkeit ausgeströmt und erschaffen. Dieser Gedanke ist der Wirkende, er ist die eigentliche Handlung, er ist die erwartete Belohnung und er ist das Wesen aller Bemögen. Ja, weiter. Man muss den Plan des Schöpfers bei der Erschaffung der Welten und der Vor uns befindlichen Wirklichkeit verstehen, denn seine Handlungen kamen nicht durch viele Gedanken, wie es uns eigen ist, hervor, weil er eins einzig und vereint ist. Und so wie er einfach ist, sind auch die Lichter, die vor ihm ausgehen, einfach und vereint. Ohne jegliche Vielfalt an Formen, so wie es geschrieben steht, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und daher vertiefe dich gedanklich darin und verstehe, dass alle Namen und Bezeichnungen sowie alle Welten, die Höheren und die Niederen ein einfaches Licht darstellen, einzig und vereint. Im Schöpfer selbst sind sowohl das ausströmte Licht als auch der Gedanke, die Handlung und der Handelnde sowie alles, was das Herz nur erdenken und vorstellen kann, all das ist in ihm ein und dieselbe Sache. Es dreht sich auf in die Quelle, in der Mitte, zum Ende des Gedankens und so, sondern alles ist eins. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gedanken und seiner Umsetzung und die praktische Umsetzung und dass diese Handlung sich weiter fortsetzt und zu Ende geht und das alles zu einem Ergebnis führt sondern bei ihm ist alles eins sowohl Anfang Mitte und Ende sind eins und er hat nicht etwas was ich hier sagen kann was hier Ursachen wirken gibt. Dementsprechend Urteile und erkenne dass durch einen einzigen Gedanken die gesamte Wirklichkeit erschaffen wurde. Die höhere und untere zusammen bis hin zur allgemeinen Endkorrektur. Das heißt es existiert in Bezug auf den Schöpfer keine Welten Prazophie über Seelen sondern im Bezug zu ihm von seiner Warte aus ist alles eins er wollte die Welt auf bestimmte Weise sehen für uns ist das grenzlos es gibt so viele Sachen in der Mitte bis zu ihm gelangen aber bei ihm ist es sofort und passiert auch bitte sehr dieser einzige Gedanke bewirkt alle Handlungen er ist das Wesen aller Handlungen das absolute Ziel und er ist das Wesen der Anstrengungen und er ist die ganze Wirklichkeit die ganze Vollkommenheit und die erwartete Belohnung so wie Rambam oben schrieb eins einzig und vereint Ja genau das ist es was wir auch allmählich anfangen zu enthüllen aufgrund all dieser vermehrten Zustände welche wir durchlaufen aber beim Schöpfer gibt es sowas nicht für ihn ist der erste Zustand auch der letzte der endgültige Zustand es gibt in der Mitte keine Zustände welche zwischen eins zwei und drei fühlen und so weiter nein weiter Moskau sechs Ja folgende Frage wir müssen zu so einem Zustand gelangen in dem der Gang der gesamte Szene die Gedanken der anderen verstehen wird und keine anderen das ist nicht für jetzt lass uns sehen was ist das geben ob du weißt dass du den Gedanken des Freundes zuhören musst wenn du dich so gedanklich darauf erstellst dazu gelangen und so lang es dazu Kiew eins dieser Abschnitt natürlich sehr tief aber wie kann man verstehen dass alles in diesem Gedanken beinhaltet ist und wie sollen wir verstehen dass wir in diesem Gedanken befinden dass alle unsere Anstrengungen in diesem Gedanken auch existieren überhaupt alles alles befindet sich im Schöpfungsgedanke und überhaupt die ganze Schöpfung ist nur ein Gedanke der Gedanke des Schöpfers aus oder die Einstellung des Schöpfers zu jener Schöpfung welche er von der er wollte dass diese existiert das wird als Schöpfungsgedanke bezeichnet was ist der Gedanke des Schöpfers was ist das für eine Materie oder für ein Gegenstand was ist das das ist nichts physisches das ist nicht unser Gedanke und auch nicht irgendeine Kraft sondern es ist im Großen und Ganzen die Einstellung des Schöpfers zur Schöpfung sagen wir es so es ist alles als Schöpfungsgedanke bezeichnet alles Gedanke was ihr gedacht hat was ihr gemeint hat aus sollte man sich dann darin vertiefen ist das ein Wille ist das eine Abstraktion du kannst das nicht du hast nicht die Ahnung welchen Verlangen welchen Gedanken welche Wünschen mit welchen Kilim Instrument du kannst dich nicht herum suchen du hast dich Unterscheidungen nicht vergessen allmählich anhand wird es unserer Entwicklung mit dem Hörer nicht wenn wir zu einem Zustand gelangen dass wir doch über solche Unterscheidungen verfügen werden die sie in uns leben werden und wir werden sie prüfen erforschen er beendet er quasi diese Dinge die Angleichung zur Schöpfung geschaffen hat das Ego unter allen Teilen und dann auf solche Weise gelangt er bereits zum Verständnis und Erkenntnis und wahrlich ich habe sogar nicht mal mit verschiedenen Wissenschaftlern gesprochen mit ernsten Wissenschaftlern und sie sagen das was sie fühlen sie nicht in Worte beschreiben können aber das ganze Universum mit anderen Sternen und Planeten wenn man darauf schaut sagen sie das sieht aus wie ein Gedanke sie haben so eine Empfindung außer dass sie noch irgendwelche Errungenschaften erreichen aber sie sagen alles was im Himmel in den Sternen auf den Sternen sehen alles was passiert und geschieht fühlen wir als eine Art Gedanke sie haben so eine Empfindung eben aus dem heraus weil sie diese Sachen verstehen wollen erfassen wollen erfüllen wollen aus diesem Eckenchaos haben sie dann so einen Eindruck der Eindruck ist ein richtiger ja Michael wir haben jetzt in den letzten Buchstaben Punkten gelesen über Scham über das Ziel der Schöpfung über Gedanken wie ist die Verbindung zwischen diesen ich will darüber nicht sprechen du kannst auch tausend solche Fragen stellen das ist später wir lernen das wovon wir gelesen haben was geschrieben steht du kannst noch andere Umzeigen nehmen und kannst entscheiden was der Verbindung zueinander ist ok weiter dies Punkt 9 das Thema des Zimtzums erklärt wie von einem vollkommenen Handeln eine unvollkommene Handlung hervorgeht Punkt 9 der Ari Rabitzak Luria hat in den ersten Kapiteln dieses Buchs ausführlich den Begriff von Zimtzum Aleph erste Einschränkung erörtert denn dieser Begriff steht ein sehr tief gehendes Thema da sowohl alle Unkorrigierheiten als auch diverse Mängel gehen vom Schöpfer aus und kommen von ihm so wie es geschrieben steht formt das Licht und erschafft die Dunkelheit jedoch sind alle Unkorrigierheiten und die Finsternis vollkommene Gegensätze zum Schöpfer wie können wir können sie dann aber von ihm ausgehen aus einer Quelle zu ziehen in der es Dunkelheit und Licht gibt das ist ein Zeichen dafür dass sie gemeinsam einziehen trotz ihrer Unterschiedlichkeit und auf welche Weise kommen sie gemeinsam mit dem Licht und dem Genüssen innerhalb des Schöpfers Gedankens vor man darf jedoch nicht sagen dass es sich um zwei voneinander getrennte Gedanken handelt also wie resultiert dann das alles aus dem Schöpfer und gelangt letztendlich bis in unsere Welt hinab die voller Schmutz Leid und Hässlichkeit ist und wie können sie nebeneinander existieren in einem einzigen Gedanken das heißt wie kann aus einer Wurzel ihr entgegensetzte Dinge von ihr entspringen so dass man sie nicht gemeinsam existieren können sie können nur gemeinsam existieren in ihrer Wurzel in ihrem Ursprung aber das ist nicht klar das eine widerspricht dem anderen gut das sind Fragen er bereitet uns vor Fragen zu stellen und erst danach gibt er auf diese Antwort er wird alles beantworten ja in Ordnung lasst uns weitermachen Kapitel 2 Erklärung des Schöpfungsgedankens Punkt 10 Nun kommen wir zur Erläuterung des Schöpfungsgedankens selbst Zweifellos verbirgt sich das Ende der Handlung in dem ursprünglichen Gedanken denn sogar ein materieller Mensch der vielerlei Gedanken hat auch bei ihm resultiert das Ende der Handlung aus dem ursprünglichen Gedanken wenn er sich zum Beispiel mit dem Bau eines Hauses beschäftigt dann wird sein erster Gedanke darin bestehen die Form des Hauses festzulegen in dem er leben möchte viele vorangehende Gedanken und Handlungen sind erforderlich bis zum Abschluss jener Form an die er bereits von Anfang an gedacht hatte und diese endgültige Form beinhaltet letztendlich alle seine vorhergehenden Handlungen wir erkennen somit dass das Ende der Handlung bereits im ursprünglichen Gedanken enthalten war und das Ende der Handlung selbst ist die Achse und das Ziel für welches alles erschaffen wurde um seinen Geschöpfen Genuss zu schenken und es ist bekannt dass der Gedanke des Schöpfers sofort vollendet wird und unmittelbar wirkt denn er ist kein Mensch der Hilfsmittel und Instrumente für seine Handlung braucht bei ihm schließt allein der Gedanke sofort und unmittelbar die ganze Handlung ab und somit ist klar dass sich allein im Wunsch des Schöpfers den Geschöpfen mit seiner Schöpfung Genuss zu schenken dieses Licht sofort aus allen von ihm ins Auge gefassten Arten und Größen und Genüssen welche er bedacht hat verbreitet all das ist in diesem Gedanken eingeschlossen und wird bezeichnet ihn als Schöpfungsgedanken und dieser Schöpfungsgedanken wird als das Licht von Ein Sov bezeichnet denn im Wesen des Schöpfers Atsmuto selbst haben wir kein einziges Wort und keinen Begriff um ihn mit irgendeinem Namen festzumachen Fragen also ich sehe die erste Portion ist bereits angekommen und die Möglichkeit schon gefüllt hat Fragen zu stellen und jetzt kommen wir gehen wir zu den Frauen über Fragen von den Frauen ja gibt wir haben gesagt also was können wir die Geschöpfe davon lernen es gibt eine Frage von was was wechselt dann die was kommt statt die Scham was bringt dazu dann die Scham zum Ende zu 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 gehen indem wir aufgrund der Scham das wir vom Schöpfe erhalten vom Schöpfe nicht mehr empfangen wollen und nur um des Geben Vielens darin hören wir nicht auf mehr zu empfangen sondern wir wollen unseren Empfangen nur der Absicht umzugeben hinzufügen wenn wir vom Schöpfe überhaupt nichts empfangen würden wollen ablehnen würden wäre das ein Fehler ein Schaden der Schöpfe möchte geben und ich möchte dich empfangen es geht sich vorstellen dass bei einem Gastgeber zu Hause ist und der Gastgeber ist so gut und breitert alles vor und du lehnst ab die Güte die er vorbereitet hat zu empfangen du machst so einen Schaden die Weiße der Kabbalah die Weiße besteht darin zu empfangen wie empfange ich vom Kaufgeber in einer solchen Weise nicht nur dass ich von ihm empfange sondern ihm auch mein empfangen erfülle und von allen Seiten her mit allem was ich fähig bin zu tun ihn fühle und wie sehr ich im Inneren dafür was ich empfange danken kann und wie sehr ich fähig bin daraus genutzt zu ziehen aus den Dingen die ich empfange auf solche weise befinden wir uns mit ihm in anhaftung und die anhaftung besteht nicht darin dass ich empfange da sind wir entgegengesetzt die mehr wir uns entwickeln desto mehr erhalten wir dass wir sind entgegengesetzt der handlung entsprechen aber gemäß dem Wesen der handlung wofür ich es tue und danach empfange ich erst so ist hier folgendes der fall dass ich doch empfange umzugeben dass meine ganze handlung empfangen zum geben von mir aus wird und von mir aus gibt es hier keine Gedanken des Empfangens denn die handlungen sind doch empfangende den Genuss möchte ich doch empfangen aber ich aktiviere nur das empfangen in dem Maße in dem ich damit dem Gastgeber Freude bereiten kann deshalb ist mein Empfangen vom Gastgeber mehr ein geben und noch mehr als das ich überwinde mich über den Willen zu empfangen welchen er mir verliehen hat mehr und mehr und mehr und auf solche Weise vollbringe ich ihm damit mehr Freude und Genuss Frage von was bedeutet sich der Schöpfers Gedanken anzunähern den Schöpfungsgild der Schöpfungsgedanke besteht darin seine Geschöpfe zu erfüllen damit meint der Schöpfer dass er in der Lage ist uns alles zu geben was er hat was er hat bedeutet alles was in seinem Geben an uns ist was das höhere Licht ist mit dem er auf uns Einfluss hat mit welches er uns gibt wollen wir empfangen wir empfangen seine Beziehung seine Einstellung zu uns und das erfüllt uns das wird dafür dass er das innere Licht bezeichnet welches wir empfangen das nicht in dem Licht in der Lage ist in unserem Ego zu empfangen sondern nachts im Zuma und auch wenn wir dieses höhere Licht empfangen so fangen wir dieses in der Eigenschaft des Gastgebers des Schöpfers welches welches uns gibt das heißt dass ich vom Schöpfer nicht die Annehmlichkeit an sich erhalte sondern dass ich diese Annehmlichkeit die Einstellung die Beziehung des Gastgebers zu mir annehme das was er das was er mir zum Ausdruck zum Ausdruck bringen möchte indem er mir etwas Gutes tut davon ist die Rede in Ordnung Markus Reil 1 fragen die Frage wo kann man den Schöpfungsgedanken fühlen den Schöpfungsgedanken fühlen wie soll ich das erklären das können wir in unserem spirituell in Beziehungen des Gebens zwischen uns wir bilden zwischen uns altruistische Handlungen ich ihm er mir und so weiter wie der Mensch auf die Welt Einfluss haben möchte aufs Ganzes auf die Geschöpfe und auf den Schöpfer und dann wenn er auf solche Weise solche Beziehungen des Gebens an den Schöpfer bildet so fängt er an darin die Einstellung des Schöpfers zu ihm zu fühlen das ist so wie in unserem Leben solange wir nicht selbst zu Eltern werden werden wir uns niemals vorstellen können und verstehen werden können wie sich die Eltern zu uns bezogen haben als sie kleine Kinder gewesen sind deshalb heißt das anhand deiner Taten erkenne ich dich ich muss gleiche Handlungen wie die des Schöpfers vollziehen verrichten um zumindest etwas zu fühlen was der Schöpfer fühlt seit dem Schöpfungsgedanke den Schöpfungsgedanken fahren wir an zu fühlen wenn wir die richtige Erstellung zueinander haben wenn wir im Geben an andere sind letzte Frage von richtige Neigung zu den Freundinnen sollten die Freundinnen fühlen dass es kein kostenloses Geschenk ist ich glaube nicht dass es noch für uns aktuell ist ich glaube nicht dass schlecht geschrieben dass dieses kostenlose Geschenk für hohe Seelen gedacht ist lassen uns zu diesem Zustand gelangen und dann werden wir sehen in Ordnung Frauen ich bin froh dass ihr gemeinsam mit uns da seid und hoffen dass wir im Kongress alle wir alle allesamt uns verbinden uns zusammentreffen und dass ihr auch im Kongress zu einem Zustand gelangen werdet an welchen ihr an welchen ihr mehr zum Unterricht kommen könnt in Ordnung gut somit wo lesen wir vorwärts wir haben im Teil 2 Punkt 10 gelesen ok es gibt noch Fragen oder soll ich weiterlesen es gibt noch weitere Fragen Italien 1 der physische Körper den wir haben ist das was uns stört ist das was uns dann trennt und uns den Schöpfungsgedanken dann keine Möglichkeit gibt zu spüren physische Körper hat damit nichts zu tun sondern über den physischen Körper erhalten wir verschiedene Einflüsse aber nicht dass alle Krankheiten alle Probleme alle Schwierigkeiten die wir empfinden geschehen nicht aufgrund des physischen Körper sondern gegen der Spiritualität die zu uns kommen möchte aber wir in unserem Ego in der Verhaftung unseres Egos lassen diese nicht an uns heran Televiel 1 ich habe so eine gewisse Verwirrung ich hoffe dass die Frage am Platz ist ich verstehe dass unsere ganze Arbeit besteht im Zehner weil im Zehner hinter jedem Freund der Schöpfer steht und die Verwirrung bei mir ist ob wir stets über ein Gebet in Bezug auf den Schöpfer sprechen oder ob wir unsere ganze Arbeit in Bezug auf die Freunde machen sollen weil durch die Freunde wir auch das Licht bekommen welche zur Quelle zurück führt wo ist unsere Arbeit genau da habe ich eine gewisse Verwirrung keine Verwirrung sondern über die Freunde wenn dich an Schöpfer und den Einfluss des Schöpfers auf dich wirst du von den Freunden fühlen empfangen Französisch Französisch Frage vom Zehner in der Spiritualität Wo ist der Unterschied zwischen dem Gedanken und der Handlung Es gibt keine Gedanken Der Gedanke ist die Handlung Spirituell ist der Gedanke die Handlung In den letzten Punkten die wir gelesen haben steht geschrieben dass das Ende der Handlung steht im ursprünglichen Gedanken und dann steht geschrieben dass alles dann in einem Gedanken erschaffen wurde alles passiert nur in einem Punkt was was will in diesen beiden Punkten äußern Das ist korrekt und wie sagt er das nicht eure Gedanken sind meine Gedanken und eure Wege sind meine Wege Wir können es nicht verstanden wie Dinge ohne Zeit ohne eine Reihenfolge von Zuständen der Schöpfer Dinge verrichten kann tun was er möchte Entfernungen Zeiten die ganze Aufteilung der Wirklichkeit in verschiedene Teile oder Portion der Schichten sowas existiert nicht und auch wir werden dazu gelangen am Ende unserer Korrektur Michael Punkt 11 Kraft des Willens zu geben dem Schöpfer entsteht unbedingt der Wille zu empfangen im Geschöpf und das ist das Kli in welchem das Geschöpf seine Fülle empfängt Punkt Nummer 11 Ari hat bereits eingangs erläutert dass zu Beginn das einfache Licht von Einstorf die ganze Wirklichkeit erfüllte das bedeutet da der Schöpfer dachte den Geschöpfen Genutz zu schenken und sich das Licht von ihm ausbreitete und das Licht sozusagen aus ihm heraustrat so war aus diesem Licht unmittelbar der Wunsch abgedruckt sein Genuss zu empfangen man soll auch in Betracht sehen dass dieser Wunsch das ganze Ausmaß des Lichtes beinhaltet das sich ausbreitet das heißt das Maß seines Lichts und der Fülle entspricht dem Maß seines Willens Genuss zu schenken nicht mehr und nicht weniger Daher bezeichnen wir das Wesen des Willens zu empfangen welche Kraft seines Gedankes in dieses Licht abgedruckt wurde mit dem Namen Platz wenn wir zum Beispiel sagen dass ein Mensch Platz hat um als Mittag Essen ein Kilogramm Brot zu verzehren und ein anderer nicht mehr als ein halbes Kilo Brot essen kann von welchem Platz ist dann die Rede bestimmt nicht von der Größe ihrer Megen sondern nur von der Größe des Strebens und des Wunsches zu Essen wir sehen dass das Maß des Platzes für den Empfang vom Brot vom Maße des Wunsches und des Strebens nach dem Essen abhängt umso mehr gilt das im Spektuellen wo der Wille Genuss zu empfangen auch der Platz für den Genuss ist und der Genuss nach dem Maß des Verlangen selbst gemessen wird Ja Wollt ihr was dazu fragen? Was ist dann dieser Platz den wir bilden müssen? Verlangen Wille Verlangen Verlangen wird als Platz bezeichnet im spirituellen dass wir haben den Willen zu empfangen und wenn wir anstelle von ihnen etwas wegschneiden und anfangen diesen Willen zu empfangen die Absicht um des Gebens Willen anstelle die Absicht zu empfangen welche wir von Anfang haben sollen wir es vom Schöpfer erhalten wenn wir auf solche Weise anfangen werden von unserem Willen zu empfangen Portionen Schicht für Schicht von Abschneiden und anfangen über diese die Absicht um das Gebens bilden so heißt das bereits dass wir in uns ein neues Verlangen bilden aber wir haben darüber gesprochen dass mein Verlangen ist nicht ausreichend ich habe Freunde mit denen ich verbinden muss und muss sich bemühen mit den Freunden zu verbinden mit den Schöpfer zu verbinden und versuchst in all diesen Bedingungen die gegeben worden sind darauf zu achten ein neues Verlangen zu bilden jene wie du zu anfangen verschwindet nicht das nicht gereinigt das sehe ich drauf und du musst hier über diesen hinaus die Fähigkeit die aneignen zu geben zu schöpfen das ist alles aus den Flangen heraus Türkei 4 als wir hören von dir und Artikel der Prozess ist von Liebe des Schöpfer zu mir wie wir von ihnen und vom Artikel hören der Prozess von der Liebe des Schöpfers zu mir und von meiner Liebe zum Schöpfer von Hoch Mazar zu nehmen zuerst nehme ich seine Liebe an und danach antworte ich mir Absicht zu geben aber ich liebe den Schöpfer deshalb weil er mich liebt ist es nicht etwas Billiges es gibt viele Fragen hier ja du hast recht aber jeder Mensch muss das für sich klären und dann sehen für welchen Zweck er alles tut tut er das weil der Schöpfer groß ist und verpflichtet ihn und er hat keine Wahl oder er soll sich unterwerfen vor ihm oder ich bin im Vorfeld mit ihm einverstanden und ich bin bereit mit dem Schöpfer zu kämpfen und ich bin entgegengesetzt ich bin nicht einverstanden mit den Gedanken der Schöpfer und mit all diesen Sachen das heißt wenn ich nicht einverstanden damit bin dann bin ich nicht einverstanden mit seinem Ego was sehr erschuf und ich bin geschöpft und ich bin bereits in einer Art der Unterscheidung die zu mir im Voraus gab und ich habe nichts was meins ist weil alles was ich bin das ist nicht das bin ich nicht ich sondern er hat alles in mir erschuf weil ich bin unter seiner Kontrolle von Anfang an bis zum Ende und meine ganze Arbeit ist zu wählen zu wem ich gehöre dann wähle ich mich zu erheben um all mein Verlangen die er gewählt hat die Ehe erschuf in mir und dann erhebe ich mich drüber um einfach außerhalb von diesem Willen zu empfangen zu sein mit der Absicht des Gebens um diesen Verlangen zu neutralisieren und an diesem Punkt wo ich ihn neutralisieren fange ich ein an geschöpft zu sein und baue mich um ähnlich dem Schöpfer zu sein und nur auf diese Weise kann ich mich ihm annähern das heißt dass ich zu dem Zustand komme wo ich gebe und dann das was ich empfange ist auch umzugeben und dann auf die Weise kann ich frei sein das heißt alles in allem ich komme zu dem Zustand zu sein wie der Schöpfer das heißt Angleichung der Form oder die Anhaftung Verschmelzung wo ich zur Stufe des Schöpfers komme und dadurch werde frei und das ist eigentlich was du gefragt hast wie kann man aus unserer Natur austreten das heißt aus unserer Natur auszutreten kann nur durch Einschränkung passieren wo ich meinen Willen zu empfangen einschränke meine Absicht und dann würde vollständig frei sein und dann außer dieser Einschränkung kann ich entscheiden möchte ich mich an den Schöpfer angleichen oder nicht und aber hier habe ich auch keine Wahl eigentlich ich muss prüfen ob ich frei bin zu wählen dem Schöpfer ähnlich zu sein oder nicht und auf die Weise kommen wir zur Entscheidung dass um zu geben zu sein ist wahrhaftig eine Freihandlung die über der ganzen Realität ist wer macht die Einschränkung in diesem Fall ich oder der Schöpfer natürlich du möchtest die Einschränkung durchführen aber die Kraft die dich dazu bringt bekommst du vom Schöpfer wenn du dich an ihm wendest um die Kraft zu bekommen und er verringert nichts in dir weil du bist nicht der Schöpfer du bist geschöpft und demzufolge du kannst dich an ihn wenden und fordern bitten die Kräfte um die Einschränkung durchzuführen und das wird nicht betrachtet dass du das nicht machst du hast ausgewählt du kamst zu ihm du hast erkannt dass es lohnt das zu machen und in diesem Lager der Kräfte die du von ihm bekommen hast und darin gibt es auch keinen Fehler nach wir werden die mittlere Linie aufbauen und werden wir dann die rechte und linke sehen und die mittlere aufbauen in der freien Wahl ja du kannst das so sagen ja sehr gut ja nord east raf im dialog mit dem schöpfer wenn wir geben wenn wir im geben sind sind wir dann sind wir dann sozusagen schneller lässt die schöpfer darin ist unser Kampf darin ist unsere Handlung die Tatsache dass wir dem zu empfangen entgegenstehen und Widerstand leisten und dann verstehen dass wir nicht diesen verlangen was was er schuf Widerstand leisten sondern der Absicht weil wir möchten uns drüber heben und diese verändern umzugeben das ist eigentlich die gesamte Veränderung die wir durchgehen sollen die nennen wir Korrektur USA San Francisco die Bitte Kräfte vom Schöpfer zu empfangen um eine Anschränkung zu führen ist das eine Handlung mit Hilfe welche wir zum spirituellen gelangen müssen ja lasst uns mal sagen ja es gibt auch paar Handlungen zuvor aber die alle sind ausgerichtet dazu dass wir uns bei dem Empfangen erheben das nennt sich Einschränkung Moskau 6 darf ich noch fragen warum haben sie gesagt dass diese dass dieses besondere wonach wir bitten können dass es besonders ist das heißt in meinem Körper spüre ich dass ich eine Einschränkung machen möchte ja das besser Leben zu gestalten dass es mir besser geht wieso wird das als egoistische Bitte betrachtet was ist Absicht dieser Handlung das ist die das wichtigste die Tatsache dass ich alle meine Neigungen alles was in mir ist aber was ist die Absicht was beabsichtige ich wem soll ich Gutes tun das ist das Wesen der Handlung verstehst du das heißt wir lernen dass alle unsere Handlungen sollen im Zehner stattfinden das heißt ich beabsichtige dem Zehner Gutes zu tun oder am wenigsten für paar Freunde oder einen Freund aber nicht dass alles in mir bleibt das heißt das was ich tue und plane meine Absicht ist auf irgendeine Art und Weise dass es für mich gut ist spirituell oder egal wie das ist nicht gut das führt mich zu keinem Ziel zu keiner spirituell Lösung spirituelle Ergebnisse sollen präzise sein so viel es möglich ist in allem außerhalb von mir außerhalb von mir und außerhalb von mir sind die Freunde die Gruppe Schöpfer das heißt dass ich wenn ich in meiner Handlung diese Adresse nicht habe meine Adresse meine Handlung ist nicht dann spirituell viel mehr bringt es mich zurück und zu diesem bitteren Geschmack zu den Fehlern Schwierigkeiten und letztendlich erweckt die Berechnungen in mir aber das ist alles auf dem Weg kann man sagen man soll darüber gut nachdenken das ist die das ist der ganze Grund wieso wir wieso wir an der Stelle stampfen und uns nicht nach vorne irgendwie bewegen was misst das Licht wenn ich Genuss haben möchte wie stellt man so eine Prüfung an das werden wir lernen solange du dein Mikro gefixt hast Ja Rauf ihr habt mich verstanden sie haben gesagt dass es die Ursache ist dass wir auf dem Platz stehen bleiben welche Ursache haben sie gemeint dass wir uns nicht vorwärts bewegen Ja du wirst nochmal hören dann wirst du die Frage stellen du möchtest von mir fordern dass ich alles erkläre was ich schon gesagt habe so ist das so was brauchen wir jetzt fortzusetzen Punkt 12 der Wille zu empfangen dem Schöpfungsgedanken enthalten war trat aus seinem Wesen aus um den Namen von Einzof anzunehmen Punkt 12 und das gibt uns die Möglichkeit zu verstehen wie das Licht von Einzof aus dem Wesen des Schöpfers aus Strat in dem es keinerlei Worte und Begriffe gibt und mit dem Namen Or ein Sov bezeichnet wird Basierend dieser Unterscheidung ist in diesem Licht somit der Wille eingeschlossen von seinem Wesen zu empfangen Das ist eine neue Form die keinesfalls in seinem Wesen als Motor beinhaltet ist denn von wem kann er empfangen und diese Form ist somit das komplette Ausmaß dieses Lichts Das heißt was ist der Titel der Wille zu empfangen ist beinhaltet in dem Gedanken der Schöpfer und der möchte den Namen Einsov zu erlangen das heißt das steht außerhalb vom Schöpfer bei seiner Entwicklung seine Entwicklung bringt irgendwelche Unterscheidungen in die Wille zu erfangen und die nennt man Schöpfung Okay wir haben keine Fragen hier Lass uns mal fortsetzen mit Nummer 13 Punkt 13 Vor dem Zimtzum war im Willen zu empfangen kein Unterschied der Form erkennbar 13 Doch infolge seiner Allmacht wurde diese neue Form noch nicht als eine Veränderung von seinem Licht definiert wie es heißt dass vor der Erschaffung der Welt er und sein Name eins waren er verweist auf das Licht das Ein Sof ist und sein Name verweist auf den Platz welcher Malchut der Ein Sof ist das heißt der Wille von Wesen des Schöpfes zu empfangen der im Licht von Ein Sof eingeschlossen ist und er erklärt uns dass er und sein Name ein sind wobei sein Name Malchut von Ein Sof ist also das Verlangen und genauer gesagt der Wille zu empfangen der in die ganze Realität eingetaucht wurde die bereits im Schöpfungsgedanken eingeschlossen war und vor dem Zimtzum ist ihnen weder eine unterschiede Form noch eine Ungleichheit von dem in dem selbst befindlichen Licht feststellbar das Licht und der Platz sind eins und wenn es dort irgendeinen Unterschied und Mangel im Platz im Vergleich zum Licht von In Sof gebe dann werden das natürlich zwei Wahrnehmungen das heißt wie der Titel sagt wer vom Zimtzum war im Willen zu empfangen kein Unterschied ist vom Erkennbar und nur danach der Unterschied zwischen diesen zwei war er stimmt war Erkennbar wenn die vierte Unterscheidung Jena Darlet kam in diese vierten Phase so wie wir gelernt haben dieser Unterschied der Form und Gefühl der Unterschiedlichkeit der Form im erschaffenen Geschöpf an sich dann reagiert der Geschöpf auf der Basis dessen was er fühlt und das ist die Handlung was von den Geschöpfen raus geht dann zu diesem Zustand zu kommen und dann zu reagieren und dann Punkt 14 14 Zimtzum bedeutet dass Malchut Deensov ihren Willen zu empfangen verkleinerte und das Licht verschwand da es ohne Licht kein Klieg gibt 14 Punkt 14 und Zimtzum besteht darin dass der Wille zu empfangen dem Licht von Einsov beinhaltet ist und als Malchut Deensov bezeichnet wird also der Schöpfungsgedanken in Einsov welcher die ganze Wirklichkeit in sich einschließt sich schmückte um aufzusteigen und seine Form vollkommen dem Wesen des Schöpfers anzugleichen daher verkleinerte Malchut ihren Willen seine Fülle zu empfangen in Pinedale des Verlangens ihre Absicht war dass dadurch alle Welten emanieren und erschaffen würden bis hin zu dieser Welt dadurch würde sie die Form des Willens zu Empfang korrigieren und zur Form des Geben zurückkehren und somit zur Übereinstimmung der Form in dem Schöpfer gelangen Nachdem sie ihren Willen zu empfangen verkleinerte verschwand das Licht von dort unverzüglich da das Licht vom Verlangen abhängt und das Verlangen den Platz für das Licht darstellt denn in der Spiridualität gibt es keinen Zwang wenn auf einer Seite das Licht aus dem Schöpfer herausströmt und reinkommt in die Willen zu empfangen was geschöpft ist und das hängt von dem Verlangen des Geschöpfs und das Verlangen hängt vom Licht ab Licht hängt vom Verlangen ab das heißt die beide fangen an zu existieren und korrespondieren zueinander deswegen werden die so beide aufrechterhalten Kiew was bedeutet dass Malchut die Welt und Endlichkeit das Verlangen zu empfangen verringerte also eine Einschränkung machte jetzt reden wir über die ersten Einschränkung er gab uns das gesamte Bild und es gibt keine andere Wahl die Sachen anzufassen wenn wir die nicht gelernt haben in Bezug auf Fluss des Textes und Malchut schränkt ihren Verlangen zu empfangen weil sie gesehen hat dass sie dem Licht entgegengesetzt ist deswegen sie möchte sich einschränken das ist so eine natürliche Sache wenn du sitzt mit deinem Chef und er gibt dir so ein Essen und du isst aber währenddessen wenn du isst der sagt dir ja dieses Essen was du isst kostet eine Million Dollar und er macht Spaß mit ihr und er denkt er hat ihr von seinem Herzen gegeben und Michael wieso lachst du ist das ein gutes Beispiel plötzlich du erkennst wie viel dich das kostet und in der Spiritualität du findest richtig aus und wie viel dich das kostet und dieser Schmerz und mit derselben Beziehung muss man das tun wie der Gastgeber dem Gast gibt der Gast muss dem auch Gastgeber auf selbe Art und Weise geben das ist das Problem ja das ist die Wurzel der Einschränkungen Korrektur weil der gesamte Prozess was später stattfinden wird fängt aus diesem Punkt an weil der kann nicht dem Gastgeber geben weil geben an den Gastgeber hängt von Empfangen vom Gastgeber und von dem Gastgeber Empfangen umzugeben wer das als er gibt etwas was der nicht tun kann der hört auf auf einem bestimmten Punkt und innerhalb der Einschränkung gibt es noch viele weitere Unterscheidungen die wahrhaftig kommen mit der Einschränkung wenn er fühlt was er getan hat wenn er sich vorstellen kann was der Gastgeber für ihn tut wenn man so ein System erbaut um einfach sich vorzustellen wie der Gastgeber sich zu ihm bezieht er erbaut so ein Model in seinem Inneren ein System und kann der bestimmen kann der fühlen wie der Gastgeber sich zu ihm verhält was bedeutet das dass ich Empfänger dass ich entgegengesetzt bin dem Gastgeber was heißt was ich empfange was war zuvor wenn ich nicht empfangen habe wenn ich empfange dann bin ich näher an dem Gastgeber dann wenn ich mich annulliere dann bin ich ihm auch näher damit erfülle ich sein verlangen der möchte dass ich genieße aber wenn ich empfange und genieße bin ich ihm entgegengesetzt ich bin entfernt von ihm zu einem Ausmaß dass ich ihn nicht fühle zu fühlen den Geber zu fühlen und jetzt bin ich Empfänger und wenn ich fühle dass ich empfange und genieße auch in meinem Inneren dadurch kann ich nicht den Gastgeber fühlen ich kann nicht beides fühlen gleichzeitig wie kann ich das machen ich habe keine Ganzheit was kann ich machen das fühlt ihn dann zu Einschränkungen wir haben darüber geredet das sind sehr interessante Sachen wie der Mensch anfängt diese Sachen in seinem Inneren zu bauen das ist sehr interessant Moskau 1 ja so ein kleiner Humor wenn ich das was ich möchte nicht empfangen kann das heißt ich mache eine Einschränkung dann macht es keinen Sinn mich in den Verlangen zu schränken dann kann ich alles mögliche wollen und dann für das zu empfangen ich möchte darüber nicht reden weil du sprichst auf nicht korrekte Art was ich wenn ich nicht empfangen kann das sind Sachen die wir noch nicht haben wir sollen die erst mal in uns verwirklichen und erbauen wenn ich empfange was möchte ich was nicht und das sind keine korrekte Sachen dadurch werden wir verwirrt sein mehr aus kauf fünf so eine Sache Weltunendlichkeit war ein Zustand eher unser Name sind eins das heißt wir fahren sich in eine gleichheit der Form in dem Licht was zwang dann noch mehr sich dem Chef an zu gleichen wenn nicht sowieso schon mit dem Chef eins war das verlangen ja weil dadurch würde er sich nicht aus existieren gefühlt dass er sich annulliert deswegen wie ein Embryo Eta 4 Danke Rab Wieso brauchen wir den Szener oder eine Gruppe um die Handlung oder die Absicht des Schöpfers auf uns zu spüren weil andererseits können wir das System nicht erbauen wie der Schöpfer mit den Geschöpfen getan hat wenn wir das System nicht erbauen als Mensch in seinen Zähnen genau das ist eine Frage und die Antwort gehen zusammen Frage und Antwort das sind sehr erhabene Sachen die Tatsache dass der Schöpfer uns aufgeteilt hat zu so einem Ausmaß dass keiner von uns individuell und persönlich in seinem Willen zu fangen mit dem Schöpfer zusammen sein kann nur wenn wir verbunden sind zwischen uns dann können wir uns an ihn annähern keiner kann sich alleine mit dem Schöpfer verbinden nur durch den Zähner und die Tatsache dass wir jetzt irgendwie mit ihm verbunden sind es liegt an ihm weil er möchte mit uns verbunden sein French Das was Balazalam beschreibt wieso fügt er hinzu dass es keinen Zwang im Spiritual gibt Es gibt keinen Zwang in der Spiritual ität und das heißt das Licht kann uns nicht zwingen irgendetwas zu tun aber das Licht möchte in den Geschöpfern im Verlangen ein besonderes System erbauen das möchte fühlen das heißt der Wille zu empfangen fühlt das nicht versteht woher kommt das was sie fühlen das ist die Natur des Gebers außerhalb von ihm und die Frage ist was kann das Geschöpf tun um den Geber zu verstehen und sich an ihn anzunähern und dieser dann plant er wie kann er selbst in Richtung Geber reagieren es gibt ja viele Handlungen die stattfinden zwischen Geschöpf und den Schöpfer und es gibt ja keine Wahl außer das Geschöpf integriert wird mit all diesen verlangen des Schöpfers und erbaut sich auf diese Art und Weise es soll ein sehr reiches System sehr großes System der Beziehungen zwischen diesen zwei vorhanden sein und ist das nicht ähnlich irgendeinem Zwang zu welchem er uns geführt hat durch die Handlungen von dem Höheren zu dem Unteren gibt es eine bestimmte Art von Zwang am Anfang keiner wurde gefragt ob der existieren möchte bis die Frage Fragen auftauchen ob man das Ende der Korrektur erreichen möchte das gibt hier keine freie Wahl und keine Freiheit die freie Wahl ist auf dem selben Platz in dem man die Schöpfung akzeptieren möchte oder nicht ob man geschöpft sein möchte oder nicht das ist die freie Wahl die freie Wahl der Schöpfung wie er hier schreibt ist enthüllt zu den höchsten Seelen die die existieren können zwischen den zwei Systemen Tomah und Klippah die Schale und Tomah und zwischen diesen zwei Systemen kann er in der Freiheit der Wahl existieren das haben wir darüber noch nicht gesprochen PT 25 der Prozess diesem ganzen Prozess ist bereits das Schöpfung Ziel in Begriffen auch die Einschränkung wieso nennt er das was wir jetzt gelesen haben dass es keine gewöhnliche Handlung ist deswegen ist es sehr wichtig wenn wir das nicht einhalten wir gehören nicht zur Schöpfung führen wir keine Einschränkung aus es gab ja eine Einschränkung und er nennt das als eine außergewöhnliche Handlung deswegen ist eine außergewöhnliche Handlung das ist eine Bedingung wenn die Geschöpfe nicht durch diese Einschränkung durchgehen die sind nicht in der Spiritualität deswegen das ist eine sehr strikte Bedingung ja hat er eins no raf darf meine allgemeine Frage stellen ich bin das verlangt zu empfangen alle Änderungen sind in mir und es gibt zwei grundlegende Zustände mithilfe welcher ich mich mit dem und die Freunde und mit dem Chef verbinden das ist und das ist der Gedanke und das Gefühl kann man dann sagen dass das Gefühl etwas ist was ich in meinem Inneren spüre und das betrifft nur mich und der Verstand ist meine Kommunikation mit allem anderen kann man das so sagen nein in der Spiritualität ist das nicht auf diese Art und Weise in der Spiritualität die kommen wie ergänzend dass der der Verstand und die Gefühle die ergänzen sich immer ich weiß jetzt nicht wie das im materiellen sind ich möchte mit dir nicht streiten wie das im materiellen oder spirituellen ist ich bin auch nicht daran interessiert dass du verbunden bist zwischen materielles und spirituell das kann uns nur verwirren irgendwie kann ich sagen dass Malchut mit mir verbunden ist und die drei ersten ist alles andere no nicht wo sind die ersten drei wo ist Malchut nein 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 das ist genau was du machst wenn du so anfängst fängst du an materielle Philosophie zu erbauen mit den Elementen der Weisheit der Kabbalah ok mein Herr was ist das Schöpfungsziel kommt aus der Nettlichkeit oder vom Azmuto oder überhaupt gibt es so einen Unterschied der Gedanke der Schöpfung kam raus aus dem Schöpfer ja weil der Schöpfer ist bereits die Unterscheidung von etwas was existiert getrennt von uns und von dort fängt der Gedanke der Schöpfung ja und wo befindet sich hier die Unendlichkeit Einzov bezieht sich auch zu uns all diese Unterscheidungen sind in Bezug auf uns deswegen reden wir darüber aber wir reden darüber wir sagen ob wir Erlangen haben oder nicht Zwischenzeit Zwischenzeit danke ok ok ich möchte auch unsere Freunde fragen die sich heute versammelt haben in unserer Studienhalle wie fühlt ihr euch ok oder nicht gut 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 ich weiß es nicht wenn Ministerium der Gesundheit uns erlaubt oder Management wird zu euch reden wenn das erlaubt ist wie sie sich dort verhalten und ihr habt die Erklärung bekommen und Bedingungen wie man sich dort verhalten soll in der Studienhalle und die gesamte Studienhalle und gesamte Gebäude gehört zu euch und wir haben jetzt Bersheba Guten Morgen Rav Guten Morgen mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne betreffen Punkt 14 Fragen am Ende steht hier geschrieben dass das Licht vom Verlangen abhängt und das Verlangen ist anstelle des Lichtes und die Frage ist derjenige der das erschaffen hat ist der Chef er hängt ja nicht von unserem Verlangen ab wer hat dann alles erschaffen das Ziel der Schöpfung und er ist das Gleiche das heißt das was er geplant hat und das was er erschaffen hat das ist die Vollkommenheit das heißt er ist eine Vollkommenheit und dieser Mechanismus man verlangt zu empfangen wovon hängt das ab wo ist dann hier die Vollkommen wer hat das erschaffen derjenige der alles erschaffen hat nennt sich der Gedanke der Schöpfung was das Licht Licht von Einsthoff hat den Willen zu empfangen erschaffen und war das was später passiert passiert alles in dem Willen zu empfangen wenn es so ist mit ihrer Erlaubnis zu wem wie ist mit der Form gelangen der noch geformt wird das Ziel der Schöpfung ist ein gewisses absolut das hat bereits eine Vollkommenheit erschaffen wir erreichen stufenweise die Eigenschaft des Gebens die ist im Licht Einsthoff bis wir nicht vollständiges Geben erlangen so wie wir ein reflektiertes Licht an ihm zurückgeben so wie er zu uns auch gibt ok Frauen wo sind die Frauen und habe aufgehört die Kraft der Frauen zu spüren was passiert hier Frage muss ich mir vorstellen dass die Zähne mir alles gibt um zu Scham und Einschränkung zu gelangen noch mal bitte muss ich mir vorstellen dass der Zähne mir alles gibt um zu Scham und Einschränkung zu gelangen ja ja außer der Reaktion die die Schöpfung als die Scham oder Ego gegeben hat und all diese Unterscheidungen das ist genügend für uns um die gesamte Korrektur zu erlangen ja wie kann man aus dieser dunklen Kammer im Herzen heraus kommen welche nicht erlaubt die Absicht des Gebens im Sehen auszuführen du hast eine sehr gute Absicht und lass uns mal hoffen dass jeder so eine bekommen wird wie auch immer du kannst zu dieser Absicht kommen aus unserer Verbindung heraus wenn Zehner sich an den Schöpf verwendet und bittet dass er die Einschränkung annulliert was was in meinem Herzen habe und das Licht was korrigiert empfange und mich verändere dadurch und dass ich mich an den Schöpfer annähe an das höhere Licht und auf diese Weise zum Geben zu kommen wie dieses Licht sich darin integriert und dass wir dann durch dieses Licht uns erhebt zu den höheren Stufen des Gebens 23 Sie haben gesagt dass wir prüfen müssen wo unsere Absicht ist mein Verlangen ist immer mir zu dienen das ist meine Natur und das fehlende Absicht des Gebens und der Bitter an den Schöpfer für die richtige Absicht ist es die Handlung die unter meine Verantwortung liegt oder kann ich selbst die Absicht ändern wenn ich im Zehner bin und meine Absicht ist auch wenn wenig an die Freunde zu geben weil ich kann nicht geben an den Schöpfer ich kann nur von der Gruppe empfangen wenigstens wenn zwei da sind das ist Gruppe wenn wir ausgerichtet sind auf dem Schöpfer durch die Verbindung zwischen mir und jemandem sonst meine Absicht ist die Verbindung und aus dieser Verbindung heraus das Geben daraus wird den Schöpfer erreichen weil der Schöpfer wird nichts empfangen von einem Einzelnen wir können schreien so viel wir möchten das wird uns nicht helfen das wird nur helfen unter der Bedingung dass wir zusammen zu diesem Ziel streben das nennt sich Gebet von einem erreicht nicht den Schöpfer am wenigstens von zwei Menschen wenn du versuchst wenn ihr versucht zusammen zu sein und versucht dieses Gebet an den Schöpfer zu erheben und dann kann man die Antwort bekommen und die Antwort des Schöpfers bringt uns immer eine spirituelle Veränderung wenn ein Mensch schreit und weint das heißt wenn ein Mensch wie in der Wüste ist und schreit in Richtung Himmel aber das hilft überhaupt nichts noch eine Person an seiner Seite wenn die dann zusammen Aufschrei erheben da kommt die Antwort vom Schöpfer bitte beachtet diese Sachen das ist die Bedingung das stammt aus dem Zerbrechen des Gefäßes von Adam Harishon am Anfang der Schöpfung wenn wir nicht zwei Teile zusammentun und die bitten dass sie zu einem werden wir sind nicht auf die Korrektur ausgerichtet und dass wir dadurch die Form vom Adam Harishon zusammensitzen dann haben wir kein Gebet das funktioniert nicht Frage darüber was Sie gesagt haben dass es ein Gefühl der Stärke der Frauen fehlt was fehlt uns Frauen um stärker zu werden die Frauen tun ganz große Handlungen obwohl die jetzt aufwachen zu dieser Lektion und kommen um sich zu verbinden in dieser Lektion aber auch wenn die nicht verbunden sind wir sehen die in verschiedenen Schirmen jeder ist in seinem eigenen Schirm aber es gibt eine Verbindung das gesamte Nebaruch verbindet die alle und das betrachtet sich dass die verbunden sind wenn die zusammen mit uns sind in der Lektion dann verbindet aber wenn man nicht dabei sein kann kann man sich zu verschiedenen anderen Zeiten verbinden und wenn man in der Lektion sein kann gibt es eine sehr große Intensität zu dieser Lektion und wir alle bekommen diese Antwort in der Form der Liebe dann zurück wie kann man dieses allgemeine Gebet verwirklichen ist es eine innere Forderung zum Gebet oder muss man offen die Freunde darum bitten im Herzen ja das ist sicher manchmal manchmal soll man das nicht betreiben auf künstliche Art und Weise manchmal muss man sprechen und verbitten und entscheiden dass man möchte in einem Herzen sein ja es gibt Schwierigkeit hier in der Verbindung der Herzen für die Männer besondere Schwierigkeit und die Frauen haben eigene besondere Schwierigkeit sehr besonders ich kann das kaum ausdrucken für die Männer es ist die Schwierigkeit sich zu überwinden zu Verbindung und die Frauen haben auch sich zu bewinden und die Verbindung zu erreichen die Schwierigkeit für Männer na gut ich werde jetzt nicht so ganz vertiefen ihr werdet das fühlen das wird euch nur verwirren dann ihr solltet das versuchen besonders wir haben jetzt zwei Tage von unserem Kongress von uns versucht das jetzt dort mehr und mehr zu tun Raph es gibt Fragen aus dem Süden betreffend Gefühl im Zähne Sie fragen das gemeinsame Gefühl das Gefühl der Verbindung kommt das zuerst oder als die Offenbarung des Chefes Nein die Verbindung zwischen ihm Zähne soll vor der Offenbarung des Schöpfers das ist die Bedingung um den Schöpfer zu offenbaren Wir gehen zurück zu den Männern und wir sind in dem Kapitel Nummer drei oder Kapitel drei das ist nur ein Punkt oder okay lass es mal weitermachen Kapitel drei Erklärung des Ursprungs der Seele Punkt 15 Nun wollen wir den Ursprung der Seele erläutern es heißt dass sie ein Teil des Schöpfers von oben ist es stellt sich die Frage wie und worin sich die Form der Seele von einfachem Licht so sehr unterscheidet dass sie dadurch vom Ganzen den Schöpfer abgetrennt wurde und nun ist klar dass in ihr tatsächlich eine große Veränderung der Form stattfand weil die Schöpfer zwar alle Form enthält die man sich nur vorstellen kann aber nach all dem oben Gesagten ist klar dass es eine Form gibt die nicht enthalten ist nämlich die Form des Verlangens zu empfangen denn von wem sollte er empfangen aber was aber die Seelen angeht deren Erschaffung auf dem Wunsch des Schöpfers basiert ihnen Genuss zu schenken was auch der Schöpfungsgedanke ist so gilt in ihnen natürlich dieses Gesetz und zwar Genuss empfangen zu wollen und danach zu streben darin unterscheiden sich vom Schöpfer weil sich ihrer Form im Vergleich zu seiner verändert hat und wir haben bereits geklärt dass materielle Wesen mittels der Kraft der Bewegung oder Orts Veränderung getrennt und voneinander entfernt werden und spirituelle Wesen werden mittels der Veränderung der Form voneinander getrennt und entfernt und das Ausmaß der Veränderung der Form bestimmt das Ausmaß ihrer Entfernung voneinander und wenn der Unterschied der Form eine vollkommene Gegensätzlichkeit annimmt von einem Extrem bis zum Anderen dann findet eine vollkommene Loslösung und eine gänzliche Absonderung statt und so weit dass sie gar nicht mehr fähig sind voneinander zu empfangen dass sie einander fremd sind fragen was sagt er uns hier dass in Bezug zu dem Gedanken der Schöpfung wenn der Wille zu empfangen sich entwickelt was allgemein ist dann erreicht der Zustand wo in diesem Willen zu empfangen all diese verschiedenen Formen wachsen an und dann fängt an dem Licht entgegengesetzt zu sein und entwickelt sich entwickeln sich in dem Willen zu empfangen all diese Veränderungen wo die fangen an zu fühlen dass sie verschieden sind und es kommt heraus dass die entfernt sind voneinander um zu entdecken den Plan der Schöpfung und der Schöpfung zu offenbaren brauchen die diese Unterscheidungen zu erfahren in Bezug auf das Verlangen aber die gleiche Teile der Willen zu empfangen vom Einz soll sich untereinander verbinden und je mehr sie verbunden sind über die Kraft der Entfernung machen die aus sich heraus mehr die Form die dem Licht ähnlich ist und dann Licht dementsprechend kann sie fühlen und obwohl sie aus der Natur heraus anders sind aber sie möchten gerne eins sein über der Natur den Willen zu erfangen dann kommt es heraus dass das Licht fühlt sie nicht als das in der Vergangenheit war wo sie getrennt waren aber vielmehr 600.000 Mal mehr in der Intensität die sie werden dann das Licht als eins fühlen weil sie großartige Arbeit geleistet haben um sich anzunähern anzugleichen obwohl die Verlangen anders sind die können das Verlangen nicht ändern aber wenn sie arbeiten an der Verbindung zwischen ihnen jeder unterstützt alle um ein Licht zu erlangen wo jeder sich annulliert um dieses Licht zu erlangen und jeder möchte allen helfen und die Unterstützung um dieses Licht zu erlangen kommt es heraus dass durch diese Handlungen sie arbeiten als ein Vergrößerer des Lichtes und das Licht erscheint in ihnen 600.000 Mal mehr in der Intensität als das Licht was vorher dort war wo die erschaffen worden sind und das ist eigentlich die Handlung die aus den Geschöpfen rauskommen soll wenn der Schöpfer die Geschöpfe erschuf aus klein zerbrochen und in diesem kleinen Licht was sie erfüllte dann die Geschöpfe bei deren eigenen Kräften im Gegensatz verbinden sich aus Zerbrechen heraus und da dieses kleine Licht vergrößert sich um 600.000 Mal größer zu werden bis zum End bis zur Unendlichkeit was früher in den Gedanken der Schöpfung vorhanden war das heißt der Geschöpf macht aus sich so ein Vergrößerungswerkzeug und erhebt sich und den Schöpfer und heiligt ihn und das ist der Platz wo der Schöpfer erscheint vor den Geschöpfen dass sie dann auch wachsen können auf diese Art und Weise der Schöpfer ist dann glücklich meine Söhne haben mich besiegt ich habe ihn in bösen Triebe erschaffen und die unter diesen sehr harten Bedingungen kamen die die haben mich entdeckt die haben mich korrigiert und die haben mich auch besiegt meine Söhne so ist das Latin 7 latin 7 latin ich kann euch nicht hören ok danke rauf was sie gerade jetzt erzählt haben meine frage geht darum was was passiert mit all diesen egoistischen verlangen die man nicht in die handlungen reinbringen kann die limitiert sind was passiert mit diesen verlangen ist der schöpfer glücklich wenn die auch erfüllt werden wir müssen verstehen dass alle spüren handlungen die wir ausführen können sie sind vor uns und wenn wir sie auswählen in der richtigen Art und Weise und sie in der richtigen Art und Weise benutzen dann haben wir nichts was uns stören könnte in unserem Weg und alle anderen unsere Möglichkeiten sind von uns verschlossen damit wir nicht dorthin gehen und uns nicht irren und deshalb müssen wir in unserem Studium nur eins verstehen was ist das für ein Weg der richtige Weg den ich gehen muss und nur diesen Weg und jedes Mal Klärungen anzustellen und nicht in die Berechnung einbeziehen alles was mir in den Sinn kommt im Prozess aber nur zur Verbindung soll ich streben weil im Prinzip das ist die richtigste Handlung um das Ziel der Schöpfung zu verwirklichen wieder wieder die Teile von Adam Rishon herzustellen welche zerbrochen wurde das ist das was wir tun müssen ist das klar deshalb all diese Handlungen betreffen diese Welt die wir sehen können wir obwohl wir die ganze Tiefe der Sache nicht verstehen um zu sagen dass diese Handlungen für unseren Vorteil der Menschheit kommen für den Vorteil der Verbindung dann ist es eine richtige Handlung und all das wird verwirklicht und weil es nicht für uns zum Vorteil der Menschheit und der Verbindung ist das alles wird nicht verwirklicht werden deshalb können wir alles so deuten unterscheiden was jetzt vor uns sich befindet Moskau 6 danke Rauf ich kann nicht verstehen was es bedeutet um abhängig voneinander zu sein weil er drückt auch mein Verlangen raus und ich soll erwarten dass er strebt zum Schöpfer ich habe es nicht gehört kannst du den Mund öffnen und das laut sagen was es heißt oder was es bedeutet dass ich erwarte oder dass wir erwarten eine bestimmte bestimmte Reaktion von den anderen von der Gruppe zum Beispiel wir haben jetzt darüber noch nicht gesprochen deswegen mag ich solche Fragen nicht welche uns in verschiedene Richtungen ziehen ich muss in der Gruppe das tun was ich tun muss ob ich wenn ich von ihnen eine Reaktion bekomme dann bekomme ich eine Reaktion wenn ich keine Reaktion bekomme dann ist es auch eine Reaktion Punkt fertig Kasachstan Kasachstan er beschreibt sehr schön die Art und Weise der Trennung vom Schöpfer und ich fühle das meine Frage ist ist es wenn es um Gebet geht ist es genau so ja ja deswegen müssen wir uns bemühen die Handlungen der Welt so zu sehen dass sie uns immer die Möglichkeit geben im Gebet zu sein das heißt es gibt keine andere Art und Weise sich von diesem Brot der Scham zu befreien ja natürlich im Endeffekt aber zuerst musst du ein Zehner schaffen und ein Zehner zum Schöpfer weil im Endeffekt das Ende aller Handlungen das ist das Gebet zum Schöpfer und nicht dass sie dort irgendwelche Korrekturen in der Welt machen werdet die Korrektur in der Welt macht ihr durch den Schöpfer wenn ihr Mann zum Schöpfer erhebt Peter Tiquafia Rav ich hoffe ich kann die Frage auf korrekte Art und Weise stellen wenn ich bete dann kommt eine Handlung aus dem Schöpfer der aus dem Licht von Einzopf kommt Dr. Ravash hatte ihn gesagt dass die Scham ist die Schöpfung an sich wenn ich das auf korrekte Art und Weise verstehe die Scham ist Gefäß was die Schöpfer zur Spiritualität bringt Richtig Ich kann nicht verstehen wie aus diesem Wesen nur eine Handlung rauskommt das Gefäß mit dem Licht gefüllt wo kommt die Scham dann her damit der Schöpfer möchte dass das Geschöpf seine Stufe erreicht es ist unmöglich die Realität in der vollkommenen Art zu erschaffen dann wäre sofort geschehen so wie gelesen aber um das Geschöpf zu diesem Zustand vollkommenen Zustand zu bringen und dann schafft der Schöpfer den endgültigen vollkommenen Zustand und schafft das Geschöpfer welcher allmählich zur Erkenntnis zum vollkommenen Zustand gelang wo er sich bereits befindet aber es Ja dieser Ursprungszustand ist nicht ähnlich ob das Gefäß gefüllt ist mit Licht es gibt so einen Unterschied zwischen diesen zwei oder? Nein nein wir unterscheiden dass das noch nicht ob das betreffende Schöpfung ist oder nicht betreffende Schöpfung ist deswegen hier ein Problem sei nicht verwitterend sonst wirst du dich in Philosophie begeben immer am Ende frag dich was wirst du praktisch von deiner Erklärung bekommen nützt das diese für deinen Fortschritt diese Klärung und wenn nicht dann lass diese Klärung sein die Klärung ist wie kann man den Schöpfer danken für diesen Zustand der Kleinheit den Schöpfer zu danken dass du eine Gruppe hast und das ist alles das ist eine natürliche Sache die vor dir ist gut wo sind wir Kapitel 4 Punkt 16 ja Punkt 16 in dem Kapitel Nummer 4 wunderbar morgen kommen wir zum Kongress richtig betreffend Kongress gibt es Fragen Probleme haben alle das Studienmaterial des Kongresses bereits gesehen haben irgendwie teilgenommen im Lesen Studium oder noch nicht ich denke nicht dass die Menschen besonders sich darin vertieft haben vielleicht vielleicht machen wir das oder ist es für morgen organisiert wer weiß das das sollte am Ende der Lektion kommen dass man über den Kongress spricht na gut dann haben sie vielleicht noch etwas Zeit gut wenn das so ist ich sehe dass wir eine Frage haben ja im Raum danke Rauf die Frage von einem Freund aus dem Zehner wenn der Gedanke der Schöpfung ist dass der Schöpfer sich zu der Schöpfung bezieht sollen wir den Gedanken der Schöpfung offenbaren in unserer Beziehung zu den Freunden ich verstehe nicht was soll der Ziel der Schöpfung betreffend für den Freund offenbaren der Gedanke der Schöpfung ist der Art und weiß wie der Schöpfer sich zu den Geschöpfungen bezieht Ja darüber müssen wir miteinander sprechen dass für alle klar ist ist das alles so wir können untereinander in der Gruppe uns verbinden und über das Schöpfung ziel sprechen wie das auf uns wirkt und was haben wir davon danke gut dann wenn nicht dann machen wir weiter Ja wir setzen mit dem Kapitel oder Punkt 16 Ja bis man uns stoppt Kapitel 4 Punkt 16 Nach dem Zimtzum und der Entstehung eines Massach über den Willen zu empfangen hört dieser Wille auf ein Kli für den Erfang zu sein und tritt aus dem System der Kedusha aus stattdessen wird Oho sehr als Kli für den Empfang genutzt und das Kli des Willens zu empfangen wird dem System der Thoma übergeben 16 Nach dem Zimtzum und der Platzierung des Massach auf diesem Kli welches als der Wille zu empfangen bezeichnet wird wird es für null und nichtig erklärt trennt sich und tritt aus dem gesamten System der Heiligkeit aus und an seiner Stelle wird Oho sehr zu einem Gefäß für den Empfang und Wisse dass darin der ganze Unterschied zwischen Abiyah der Kedushah und Abiyah der Thoma besteht denn das Kli für den Empfang in Abiyah der Kedushah ist das Oho sehr welches in Übereinstimmung der Form mit Einsov korrigiert ist und Abiyah der Thoma benutzen den eingeschränkten Willen zu empfangen wobei das eine Form ist die Einsov entgegengesetzt ist und dadurch sind sie vom Leben des Lebens also von Einsov abgetrennt und entfernt Es gibt keine Fragen ja gut dann machen wir weiter Nummer 17 Der Mensch ernährt sich von den Überresten der Kli Pot und benutzt dadurch wie sie den Willen zu empfangen 17 Und daraus sollst du die Wurzeln aller Verdorbenheit verstehen die sich sofort in den Schöpfungs Gedanken gemischt haben welcher darin liegt den Geschöpfung Genuss zu schenken nach der vollständigen Entwicklung der fünf allgemeinen Welten dank Kadmon und Abiyah und der Offenbarung der Kli Pot auch in den vier Welten Abiyah der Tomah in Form von das eine gegenüber dem anderen erschuf der Schöpfer haben wir nun einen hässlichen materiellen Körper vor uns von dem es heißt dass die Neigungen des menschlichen Herzens von Kleinkind Alter an böse sind von Kleinkind Alter an besteht seine ganze Nahrung aus den Oberresten der Klippot das ganze Wesen der Klippot und Tomah ist ihre Form des Willens nur zu empfangen und es gibt nichts vom Willen zu geben in ihnen dadurch sind sie dem Schöpfer entgegengesetzt denn es gibt in ihm nichts das geringste vom Willen zu empfangen und sein ganzer Wunsch besteht nur darin zu geben und Genuss zu schenken Daher werden die Klippot als Tod bezeichnet da sie wegen der Gegensätzlichkeit der Eigenschaften zum Leben des Lebens von ihm getrennt sind und es in ihnen nichts vom Licht des Schöpfers gibt und deswegen ist auch der Körper der sich von den Resten der Klippot ernährt ebenfalls vom Leben abgesondert und es ist voller Schmutz und all das ist die Folge des Willens nur zu empfangen und nicht zu geben der ihm eigen ist denn sein Wille ist ständig bereit die ganze Welt zu bekommen und sie gänzlich zu verschlucken aus diesem Grunde werden Bösewichte zu Lebzeiten als Tod bezeichnet da sie in Folge der Veränderung ihrer Form bis hin zur Gegensätzlichkeit zu ihrer Wurzel weil es in ihnen nichts von den Eigenschaften des Gebens gibt vom Schöpfer abgeschnitten sind und buchstäblich tot sind und obwohl es manchmal scheint dass es auch in Bösewichten etwas von den Eigenschaften des Gebens gibt wenn sie zum Beispiel Almosen geben und so weiter heißt es doch von ihnen schon im Soha dass sie alle das Gute was sie tun für sich selbst tun da die Hauptsache ihrer Absichten ihnen selbst um ihre Ehre gilt Gerechte aber die sich mit der Torah und den Mitzvot mit der Absicht beschäftigen keine Belohnung zu erhalten sondern nur dem Schöpfer Genuss zu schenken reinigen dadurch ihre Körper und verwandeln die Empfangsgefäße in ihnen in die Eigenschaft des Gebens Dadurch sind sie vollkommen mit dem Schöpfer verschmolzen da ihre Eigenschaften das macht sie vollkommen mit dem Schöpfer verschmolzen da ihre Eigenschaften vollständig mit den Seinigen übereinstimmen ohne jeglichen Unterschied zwischen den Eigenschaften und das ist was die Weisern über den Ausspruchs sagen sag zu Zion mein Volk bist du mit mir seid ihr in Partnerschaft erklärten in der Einfüllung zum Buch Socha sagen die dass ihr mit mir in der Partnerschaft seid das heißt die Gerechten sind in der Partnerschaft mit dem Schöpfer er die Schöpfung begann und die Gerechten die Schöpfung dadurch abschließen dass sie das Gefäß des Empfangens in ein Gefäß Gibt es Fragen Keine Fragen Wunderbar Ja Das ist nicht genau darüber was wir gerade gelernt haben Ich möchte fragen was Sie zuvor sagten Sie möchten einfach die Eindrücke hörten Wir haben uns hier versammelt physisch und manchmal wählen wir dass wir nicht kommen viele Freunde sitzen hier in dieser physischen Versammlung und manche fühlen dass sie wirklich wieder zurück zum virtuellen zurückgehen wollen Möchten Sie sagen was sie denken was für uns besser für unseren Fortschritt ist es steht geschrieben dass der Mensch nur dort lernt wohin sein Herz strebt das heißt dort wo er denkt wo er sein muss dorthin muss auch kommen wünschen es wird dorthin so ist wenn er denkt dass abgesehen davon dass er nicht möchte aber denkt dass gemäß dem Ziel muss mit allen sitzen dann sitzt er mit allen und wenn er denkt dass um jetzt das Ziel zu erreichen wie lang bislang ist es so um im 10er nur zu sein dann soll er nur mit dem 10er sitzen wenn er denkt dass er sich konzentrieren muss im Stoff wenn er dabei zu Hause sitzt dann soll er zu Hause sitzen ich kann nicht sagen dass jeder also die Kabbalisten waren immer zusammen in den Szenen saßen immer zusammen zusammen deswegen kann ich nicht sagen was besser ist ich kann nicht sagen wir befinden uns immer noch in einem Zustand wo wir nicht wissen was morgen sein wird mir scheint es so dass noch solche Situationen sein werden dass man uns verbietet gemäß den Ratschlägen der Gesundheitsministerium dass wir zusammen sind wir werden schauen ich möchte auch wissen welches Ergebnis es gibt davon dass wir zusammensitzen gibt es davon vielleicht entstehen dadurch irgendwelche neue Erkrankungen wir müssen das alles prüfen so kann ich das nicht sagen ist das die Klärung von jedem Freund dass jeder Freund die Berechnung macht oder der gesamte Zehner muss solche Berechnungen aufstellen ich denke dass der Zehner eine Berechnung anstellen muss weil der Zehner im Spirtel als eine Einheit betrachtet wird und jeder muss natürlich auch seine Berechnung betreffend im Zehner anstellen so ist es das ist nicht klar was meinen Sie heute jetzt dass Zehner die Berechnung macht oder bei den derzeitigen Berechnungen es gibt Menschen die zu Hause bleiben möchten weil es komfortabler ist virtuell dass sie sich so auf Studium fokussieren können und manche möchten gerne mit den Freunden zusammensitzen wie kann man hier jetzt die Berechnung aufstellen ich muss darüber nachdenken dass das bestreben ihm trotzdem sein muss physisch zusammen zu sitzen so war das bei den Kabbalisten im Laufe aller Generationen aber niemals in allen Generationen hatten die Kabbalisten so eine Ordnung wie jetzt wir was wir auf der ganzen Erdkugel haben auf der ganzen Welt ich sehe und höre jetzt alle Freunde zu allen Ländern und deshalb kann ich nichts sagen ehrlich gesagt stelle ich mir vor dass alle zu Hause sitzen hinter ihren Computern und sind mit dem Herzen verbunden als ob alle in einem Zimmer sitzen als ob alle sich in einem Schäfer sich befinden aber auf dem Weg dorthin ob man zu einem Zustand gelangen muss wenn wir sagen wir die Wissenschaft der Kabbalah heute verbreiten und erklären jedem Menschen dass er den Computer einschalten kann und sich mit dem Welt verbinden kann natürlich wäre ich daran interessiert zusammen physisch zu sitzen etwas zu tun jetzt ja natürlich wir werden noch Mahlzeit zusammen haben das beeinflusst natürlich aber andererseits wie können wir das tun wenn wir auf der ganzen Welt uns befinden tausende Kilometer voneinander entfernt was werden wir dann tun wir können ja nicht zusammensetzen hinter einem Tisch in der Zeit der Mahlzeit in der Zeit des Studiums dann bleibt trotzdem für uns dieses teure Weltglied dieses Netz der Verbindungen in welches wir uns einschließen müssen bis wir spüren dass wir alle uns in das Netz des Chefs eingeschlossen haben und unter den Chef eingeschlossen sind ja dann sitzen wir bereits hinter einem Tisch und essen auf den Leviathaner ich hoffe dass er schnell zu uns kommt dieser Zustand ja du dir letzte Frage wenn diese Neigung ist physisch zusammen zu sitzen so wenn die Bedingungen erlauben sollen wir das nutzen auch ich bin nicht sicher dass ihr auch in so einer Art bleibt wie ihr heute begonnen habt das verpflichtet euch nicht ihr müsst entscheiden kommt ihr zum Zentrum oder nicht ich möchte nicht das wegen mir weil ich den Unterricht gebe dass sie kommt nein ihr kommt deshalb um in erster Linie euch zu verbinden untereinander und ob ich mich hier befinde oder nicht ob ich lebe oder tot bin trotzdem ihr macht weiter mit dem Studium untereinander das ist das woran ich interessiert bin und das zu sehen deshalb lass uns darüber nachdenken gut ok was jetzt was machen wir jetzt lass uns mal ein lied gemeinsam singen bis zum Untertitelung. BR 2018 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 Gut, und jetzt, ich bin sehr froh, all unsere Freunde zu sehen, die aufgestanden sind, sich umahnt haben und getanzt haben. Ja, lasst uns jetzt Info anhören, bitte. Info Nordamerika. Danke, das war sehr aufregend zu sehen, die Freunde, die sich umarmen. Das ist sehr schön. Wir hoffen, dass die ganze Welt bald so ist. Ein paar Stunden verbleiben, bis der Kongress anfängt und wir sind alle aufgeregt und es wurde gefragt, nach den Studienmaterialien, die sind auf der Seite hochgeladen und alle Zehner lesen, diese Materialien in allen Sprachen können, die gefunden werden. Und mein Zehner ließ sie auch jeden Tag am wenigsten in einem Treffen. Und wir hatten viele Informationen und Feedback über den Kongress und wegen dem Event, den wir am Sonntag hatten. Und heute fangen wir mit dem ersten Event auf, den Kongress. Das wäre die Eröffnung. Und der wird sehr festlich. Festliche Versammlung der Freunde. Und wir fragen unsere Freunde, dass sie vor sich die Schadule haben, dass heute Freitag 37 ist riesiger Zeit. Wir fangen hier mit dem ersten Event. Das ist die Eröffnung des Kongresses. Dann fangen wir mit zwei sehr intensiven Tagen. Macht ihr Platz in eurem Leben? Tut ihr eher Hund irgendwo in den Käfig und Kinder in anderen Zimmern? Und dann nehmt ihr Essen einfach für zwei Tage. Und dann der nächste Slide. Wir fangen am Samstagmorgen. Lektion 2.30 Uhr, die Vorbereitung bis drei. Dann die Lektion von 3.00 bis 5.30 Uhr. Dann haben wir eine besondere Präsentation. Danach. Und dann es gibt die Kabbalistische Mahlzeit. 45.00 Uhr. Dann bis 6.15 Uhr. Die nächste Folie, bitte. Die nächste Folie. Nachmittags fangen wir mit dem zweiten Block. Wieder die Vorbereitung. 13.30 bis 14.00 Uhr. Dann Lektion 2 von 14.00 bis 16.30 Uhr. Und dann gibt es noch weitere Präsentationen danach. Und dann gehen wir weiter. Haben wir kurze Pause zwischen der Präsentationen. Dann haben wir Versammlung der Zehner in dem letzten Block. Besondere Versammlung mit den gesamten Zehnern aus der Welt. Und dann haben wir Yeshiva Tavarim am Ende des Tages. Damit schließen wir den Tag ab. Okay, die nächste Folie. Sonntag sieht so ähnlich dem Samstag an. Dann fangen wir um 2.30 Uhr mit der Vorbereitung. Die Lektion 3 von 3.00 bis 5.30 Uhr. Dann haben wir weitere Präsentationen von 5.30 Uhr bis 5.40 Uhr. Und dann haben wir die zweite Kabbalistische Mahlzeit um 5.40 Uhr bis 6.15 Uhr. Und dann haben wir kurze Pause. Und dann kommen wir zurück nachmittags für die letzte Lektion. Dann die nächste Folie. Okay, dann 13.30 Uhr. Nachmittags haben wir die Vorbereitung. Und dann kommt die Lektion 4. Die letzte Lektion von 14.00 bis 16.30 Uhr. Nachmittags. Dann haben wir so eine besondere, besondere Präsentation von 16.30 Uhr bis 16.40 Uhr. Die Zukunft der Verbreitung. Und dann später haben wir Versammlung der Szene, wo die Freunde die Verbindung zwischen uns fühlen. Und dann beenden wir Kongress mit dem globalen Yeshiva Tavarin, was der letzte finale Event des Kongresses wird. Und ich hoffe, dass jeder jetzt aufgeregt ist und bereitet euch alles mit Essen, Trinken und alles. Tony, Leo, möchtet ihr auch was sagen, bevor wir jetzt beenden? Vielleicht das letzte Wort. Ja, eigentlich habe ich eine Frage noch, wenn der Raph noch mit uns ist. Ehrlich gesagt, ich habe eine Frage an Raph, wenn Sie noch mit uns sind. Raph hat von Anfang an uns gesagt, ihm nicht die Fragen zu stellen, sondern selbst unsere Verbindung zu klären. Fragen zu klären, uns genauso zu antworten, wenn wir auf etwas nicht antworten können. Also die Frage ist die, wir kommen zum Kongress. Wir haben jetzt noch zwölf Stunden. Was denken Sie, was müssen wir tun, um uns vorzubereiten? Was kann man sonst noch tun, damit es wirklich zu einer echten Versammlung wird? Raph, ihr könnt sie nicht hören. Also kurz nochmal, wir haben alles gemacht, was Sie gesagt haben. Und jetzt fragen wir, wir haben alles gemacht, die betreffende letzten zwölf Stunden. Und was denken Sie, was kann man noch zusätzlich tun, um bereit zum Kongress zu kommen, damit es zu einer wahren Verbindung wird, wahren Versammlung wird? Wir bauen Gefäß auf. Und letztendlich in diesem Gefäß werden wir den Schopf aufbauen. Das ist unser Ziel, unser Problem. Das soll uns erheben von dieser Welt zu der spirituellen Welt. Vom Tod zum Leben. Deswegen, dort sollen wir hinkommen. Und deswegen, alles hängt von der Verbindung zwischen Verlangen und Gedanken ab. Deswegen sollen wir uns vorbereiten für diesen Zustand, wo unsere Gedanken und Verlangen für die Verbindung sind. Und in dieser Verbindung so eine Versammlung in uns zu erlangen, dass wir dort den Schopf aufbauen, weil der Schopf ist, komme und sehe, ihr habt mich gemacht. So, dass wir sehen, in der Verbindung zwischen uns, wir verbinden uns und verbinden uns zwischen uns, so wie die Puzzle, die Teile der Puzzle. Und wir kommen dann zu so einer Vision, dass wir sagen, hey, schau, was mit uns passierte. Dass wir erbauen, das Bild der Schopfers zwischen uns. Und das Bild, ja, das Bild der Schopfers zwischen uns. Das sollen wir tun. Das heißt, wir sollen versuchen, das ist entgegengesetzt unserem Verlangen, aber entgegengesetzt unseren schönen Sachen, in unseren Empfindungen und unseren egoistischen Gedanken. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir versuchen und versuchen zwischen uns, die Verbindung zu erbauen. Und dann passiert es, ihr habt mich gemacht. Deswegen, so kommen wir näher an diese Empfindung. Und wir sollen in dieser Neigung auch sein, in den Gedanken. Und dann, wir hoffen, dass wir von jetzt an, wir werden nur daran denken. Auch heute, in der Versammlung der Freunde, in dem Yeshivat Haverim, in dieser besonderen Versammlung, das wird vielleicht, ich weiß es nicht, in zwölf Stunden anfangen. Und auch morgen früh, in der Morgenlektion. Und das wird passieren. In diesen zwei Tagen, in dieser Neigung zu verbleiben, dass in der Verbindung zwischen uns das Konzept des Schopfers offenbart wird. Lechwein. Info. Unsere Freunde auf der ganzen Welt haben entschieden, dass sie das tun. Es haben sich viereinhalbtausend Menschen registriert. Und es gibt noch zwölf Stunden. Es können sich noch viele Freunde registrieren. Wir werden bereit sein. Bitte, lasst uns alles tun. Und wir werden bereit sein. Ich empfehle, dass jeder sich registriert, wer kann, zu zahlen. Ich weiß es nicht, gibt es Zahlungen, zehn Dollar, glaube ich. Wer nicht kann, soll auch nicht zahlen, aber muss auch sich registrieren. Und dann, wenn er nicht kann, kann er schreiben, dass er nicht zahlen kann. Aber ich habe mich registriert. Wir brauchen zu wissen, wer sich registriert hat, weil das verursacht noch mehr Verbindung zwischen uns. Bitte. Plan für morgen. Zehn bis zehnhundertdreißig Programm und zehnhundertdreißig auf Al-Express. Wir beenden mit dem Lied. Wenn wir lost in the dark and your pages we are bound And the key to the lock so the heart can be found Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.